Ho, ho, halli, hallöchen und herzlich willkommen zurück zur auditiven Odyssee mit Jack und Raffinoff und diesmal sind wir zu Weihnachten zusammen getroffen. Hallo Jack, ich heiße dich willkommen. Hallo. Und wir reden diesmal zu Anfang ein wenig über Weihnachten, würde ich sagen, denn wir als bibeltreue Christen freuen uns natürlich jedes Jahr auf den Tag, als der Weihnachtsmann am Kreuz hing. Dafür bitte eine Gedenkminute. Nein, nein, einfach nicht. Oder war es Brian? Genau, wollte gerade sagen, hör mal, der ist schon eher. Always look on the bright side of life. Na schön, Jack, also was bedeutet Weihnachten für dich? Ach, Weihnachten, einfach nur eine langweilige Zeit des Jahres. Echt? Also ich muss sagen, ich mag ja sehr die Atmosphäre und das Ambiente von Weihnachten, gerade wenn draußen überall die Weihnachtslichter hängen und es wird ja schon so früh dunkel. Ich meine, wenn ich jetzt nach draußen sehe, also durch mein Fenster, ist es schon wieder fast stockdunkel draußen. Aber ich mag ja einfach die Atmosphäre der Nacht, muss ich sagen. Ja gut, okay, das vielleicht, aber das Schlimme ist einfach nur, egal wo du hingehst, es ist hektisch ohne Ende, das ist so furchtbar. Egal, wenn du einkaufen gehst oder ähnliches und die Leute, weißt du, so wenn Weihnachten losgeht, ne, die nehmen so die Einkaufskarre, sonst nehmen sie ein Teil raus aus dem Regal, dann nehmen sie den Arm hinten ans Regalbrett und alles, was drin ist in der Reihe, alles raus. Ne, weil, äh, drei Tage, man könnte verhungern. Die Gefahr besteht natürlich durchaus, also man könnte zu wenig kaufen und man könnte vielleicht verhungern. Also nur etwas mehr kaufen. Sicher, für Weihnachten muss man ja vorbereitet sein. Aber ich muss ja sagen, das mit dem, das mit den Einkaufen wollte ich auch ansprechen. Die letzten Jahre war ich immer kurz vor Weihnachten mal einkaufen, also ich meine, das meiste wird jetzt sowieso online gekauft. Aber ich war echt überrascht, wie wenig in den Läden los war. Ich war echt kurz vor Weihnachten, teilweise nur ein paar Tage davor noch in den Läden und da war teilweise wirklich sehr wenig los. Da war ich schon überrascht. Das kommt aber sehr auf die Uhrzeit an, wann du da bist. Wahrscheinlich, ja, denke ich auch. Wenn du jetzt unterwegs bist, vormittags oder so, siehst du auch nicht viele, logischerweise arbeiten und so weiter. Aber jetzt wehe nachmittags, Alter, du, wie ist totgetreten. Ja, was gibt's denn da für ein Beispiel, hör mal, das ist schlimmer wie so eine Zombie-Horde in The Walking Dead. Ja, so ungefähr. Oder bei Left 4 Dead. Und ich meine, wir haben ja eigentlich immer genug Zeit für Weihnachten. Also man könnte sich ja die Geschenke weit im Voraus holen, aber natürlich, kennt man das ja, alle holen sich dann in der letzten Minute noch, kurz vor knapp, die Geschenke. Ach, wir haben heute den 17, weiß, nächste Woche ist Weihnachten, Heiligabend, ja, und ich hab auch noch nix, also gucken wir mal. Ähm, sagen wir mal, mir geht es da sehr ähnlich. Also bin ich mal gespannt, was ich da in der letzten Minute noch so zusammenkratzen kann. Naja, im Notfall geht man eben zur Tankstelle und holt sich ein paar, was weiß ich, Schokolade oder so. Geht ja immer. Aber, man muss ja auch sagen, Weihnachten hat sich ja, ich weiß nicht, von der ursprünglichen Bedeutung ein wenig losgelöst. Es ist ja sehr zum Familienfest geworden. Ja. Was ich jetzt nicht unbedingt schlecht finde. Wobei, sagen wir mal, Familie kann auch sehr anstrengend sein. Ähm, man kennt es ja, man geht auf die Familienfeiern und dann hat man da den einen betrunkenen Onkel beispielsweise und, äh, alle anderen streiten sich und, äh, man sitzt nur da und denkt sich, was zur Hölle geht hier wieder ab. Boah, ja, es, es, es geht, es geht. Es könnte schlimmer sein bei uns, also, ja. Naja. Hält sich in Renten. Also, an alle auf jeden Fall mal Mitgefühl, vielleicht, vielleicht habt ihr ja trotzdem, äh, schöne Weihnachten, fände ich zumindest ganz nett. Und, passend zu Weihnachten, habe ich auch ein paar kleine Filmempfehlungen. Und zwar zum einen, das kennt der Jack doch bestimmt auch, Kevin allein zu Hause. Oh Gott, ja. Das, äh, sollte dir gläufig sein. Wenn du so einen Film weißt, dann siehst du so häufig irgendwo zu Weihnachtszeit, Alter. Ich hab, da wird man irgendwann beschuldigt. Wobei ich ja sagen muss, äh, ich hab den jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Also, Kevin, ja. Ja, Kevin allein zu Hause. Ich hatte, ich hatte mir jetzt vorgenommen, den mir wieder an... Du guckst ja im Fernsehen, also von daher, äh... Ich hatte mir jetzt vorgenommen, den mir endlich mal wieder an Weihnachten anzusehen, weil es schon wirklich ein bisschen länger her ist. Also, Kevin allein zu Hause ist eine Filmkomödie von John Hughes aus dem Jahr 1990. Und die Musik ist übrigens von John Williams. Der hatte die da komponiert, da bin ich sehr überrascht. Und, ja, ich weiß nicht. Also, ist ja quasi so ein Kultfilm, muss man ja sagen. Also, mit Macaulie Kalkin eben, der dann auch damals in den 90ern einer der bekanntesten, wenn ich sogar der bekannteste Kinderdarsteller war. Und, ja, man kennt ja die Geschichte, eben ein paar Einbrecher wollen bei Kevin einbrechen. Beziehungsweise die Familie macht sich zu Weihnachten auf. Sie vergessen den, äh, Kevin. Die anderen Kinder werden mitgenommen und ein paar Verbrecher wollen eben bei Kevin einsteigen. Aber der lässt sich das nicht gefallen und stellt dann ein paar Fallen und überrumpelt dann sozusagen die ganzen Einbrecher. Ich wollte jetzt auch nicht allzu ausführlich auf den Film eingehen, denn wir werden in dieser Episode noch einige Filme besprechen. Kevin allein zu Hause war für mich auch immer so ein kleiner Klassiker. Ich hatte mal ein Video gesehen, das war von Vsauce 3 und dort hatten sie diese Fallen ausgetestet. Und zwar, also diese Fallen, die Kevin eben den Einbrechern stellt, was die wirklich bewirken würden. Und einige dieser Fallen würden ziemlich tödlich ausgehen. Das fand ich ganz interessant. Ich werde das auch mal in der Beschreibung verlinken, wer sich das ansehen will. Und ein kleiner, äh, Hinweis im zweiten Teil. Es gibt nämlich noch einen, äh, eine Fortsetzung. Und zwar, ich glaube, Kevin alleine in New York. Also das Original hieß Home Alone, also allein zu Hause. Und der zweite Teil eben allein in New York. Und dort hat Donald Trump einen Auftritt. Also wer seine schauspielerischen Fähigkeiten begutachten will, kann gerne beim zweiten Teil vorbeisehen. Dort hat Trump einen kleinen Auftritt. Nur mal so am Rand. Eieieiei. Naja, warum nicht? Den will man gar nicht sehen. Und ich habe hier sogar noch mal eine kleine Kritik vorbereitet. Und zwar, ich glaube, das hatte ich hier vorgelesen, ne? Die Zuschauer liebten den kleinen Kevin und seine Abenteuer, die er erlebte. Und der Knirps Macaulay Culkin avancierte inzwischen Dollar-Millionär zum erfolgreichsten Kinderstar Hollywoods. Chris Columbus' Film allerdings sprüht von Tempo, Witz und Einfallsreichstum. Ja, also Kevin allein so aus. Wie gesagt, ein kleiner Klassiker. Kann man vielleicht mal an Weihnachten reingucken. Und noch ein weiterer Film. Den hatte ich, wenn ich mich nicht irre, letztes Weihnachten angesehen. Und zwar die Gremlins, die dir vielleicht was sagen. Ja, aber das wäre überhaupt halt jetzt so ein Weihnachts-Film. Gremlins, kleine Monster. Also es spielt so ein Weihnachten herum. Deswegen sage ich ja, ich würde jetzt auch bei Kevin allein so aus, würde ich jetzt sagen, das ist jetzt nicht gerade der klassische Weihnachts-Film. Aber hat sich ja dann irgendwie so entwickelt, dass man sich... Also ich habe mir das jetzt zumindest mal an Weihnachten angesehen. Und zwar ist das eine US-amerikanische Horror-Komödie aus dem Jahre 1984. Und eben Regie hat Joe Dante geführt. Und ausführender Produzent war eben Steven Spielberg. Und zwar kann ich das hier mal kurz vorlesen. Randall Pelzer aus Kingston Falls ist erfinder skurrile Alltagsgeräte, die das Leben erleichtern sollen. Jedoch meistens nicht richtig funktionieren. Auf Geschäftsreise kauft Pelzer vom Enkel eines geheimnisvollen Händlers im Chinatown, den Mokwai Gizmo. Dabei handelt es sich um ein kleines Tier, das mit Fell bedeckt ist und singen kann. Der Enkel des Händlers gibt ihm drei Regeln mit auf den Weg. Den Mokwai nie dem Sonnenlicht aussetzen, das geht mir auch so. Den Mokwai nicht nass werden lassen, ebenso. Und den Mokwai nicht nach Mittagnacht fressen lassen. Pelzer schenkt das putzige Tierchen seinem Sohn Billy als Weihnachtsgeschenk. Und kurz darauf passiert das erste Missgeschick. Gizmo wird nass und Unterzuckungen platzen an die Fieser. Neuer Mokwai aus seinem Fell heraus. Ja, wie gesagt, so eine kleine Horror-Komödie fand ich eigentlich auch immer ganz amüsant. Da gibt es auch nochmal eine kleine Fortsetzung. Genau, Gremlins 2, die Rückkehr der kleinen Monster, ist jetzt wie bei Kevin allein zu Hause. Die Fortsetzungen kommen da jetzt nicht wirklich an den ersten Teil ran. Aber gerade den ersten Teil der Gremlins finde ich immer ganz amüsant. Den kann man sich auf jeden Fall mal geben. Und auch die Spezialeffekte, die praktischen Spezialeffekte dieser kleinen Gremlins. Die sind dann auf jeden Fall ziemlich gut umgesetzt. Zumindest diese beiden Filme. Und hier nochmal eine kleine Kritik. Und zwar eine boshaft hintersinnige Horror-Farce über die Ambivalenz des Wunderbaren und die Kehrseite des technischen Fortschritts und der modernen Konsumgesellschaft. Ätzend, karikarierend, bisweilen auch trivial und krass in den Ausdrucksmitteln. Aber insgesamt in ihrer Gesellschaftskritik treffend. Ich würde sagen, das sagt alles über den Film aus, das man wissen muss. Ja. Also zumindest diese beiden kleinen Empfehlungen. Kevin allein zu Hause und die Gremlins. Die zweiten Teile von den Filmen muss man sich jetzt nicht unbedingt ansehen. Aber die ersten Teile sind da schon durchaus empfehlenswert. Ja, das war es dann, glaube ich, zumindest mit unserem kleinen Weihnachtsteil. Oder hast du nur was zu ergänzen? Also Weihnachten, weißt du, das sind auch so die typischen Filme hier. Sag mal, stirb langsam eins. Immer gern genommen, ja. Sehr weihnachtlich. Sicher. Was war da noch? Die Miss Marple-Filme, weißt du, schon uralt. Schwarz-Weiß laufen auch immer gerne noch. Ach schön. Und natürlich der absolute Klassiker im Fernsehen. Jedes Jahr aufs Neue. Aschenbrödel. Natürlich. Wunderbar. Das ist auch das Erste. Also wenn ich an Weihnachten denke, dann assoziiere ich das auch nur damit. Das ist für mich... Also am liebsten stirb langsam. Yippie-yay. Das ist für mich die Essenz von Weihnachten. Aber das ist so typisch, weißt du, wenn du zu Weihnachten den Fernseher irgendwann anmachst, einer der Filme läuft immer irgendwo. Ja. Durchgehend. Na gut, aber was willst du an Weihnachten sonst machen? Zeit mit der Familie verbringen? Also, bitte. Lieber nicht. Wer macht denn sowas? Aber Jack, eine Sache. Die hätte ich schon fast vergessen. Last Christmas. Oh Gott. I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. Wham. Last Christmas. Ich hatte mir den Song auch erst vor ein paar Tagen wieder angehört. Ich hatte extra auf Dezember gewartet, dass ich mir das Lied wieder anhören kann. Oh, und genau, das ist mir auch aufgefallen. Das Lied wurde jetzt erst vor wenigen Tagen in 4K remastered. Ihr könnt euch das jetzt auf YouTube in 4K ansehen, Leute. Also, verlasst sofort den Podcast und hört euch das Lied. Oder seht euch das Video an in 4K. Finde ich super. Habe ich auch schon bei ein paar anderen Songs gehört. Besonders aus den 70er und 80ern. Da wurden jetzt einige in 4K neu rausgebracht. Sieht echt exzellent aus, muss man sagen. Ja, ich war auch überrascht, als ich das vor ein paar Tagen gesehen habe. Das kann man gerne machen. Und von Frank Sinatra. Da höre ich mir auch immer gerne die Weihnachtslieder an. Das finde ich immer schön. Ja. Genau, aber ich würde sagen, das war es dann eigentlich soweit mit dem Weihnachtsteil. Ich wollte nur so ein bisschen zur Einstimmung. Wir haben eben Weihnachten so für die Festtage. Wir haben Weihnachten. Oder wie man es nennen möchte. Fröhliche Feiertage, ihr wisst es ja. Aber wir werden in diesem, oder primär ich, werde in diesem Podcast wieder über einige Filme reden. Und zwar, es sind Primärfilme aus dem Jahre 2019. Also werde ich da quasi über alle sprechen. Aber auch noch ein paar aus dem Jahr 2018. Wir hatten ja schon ein paar Podcasts aufgenommen, in denen wir über Filme gesprochen haben. Und das gleiche werden wir diesmal quasi fortsetzen. Und Jack hat wieder die Ehre, dass er die Zusammenfassung der Filme vorlesen darf. Yay. Das ist das Spaßigste, ich weiß. Da freut er sich schon drauf. Ach ja, gucken wir mal. Die meisten Filme, also einige Filme davon, wollte ich auch irgendwie geguckt haben. Ich kam aber tatsächlich meistens nie dazu. Ja. Ich warte jetzt einfach, bis sie bei Netflix rauskommt. Ja. Also ich glaube, ein oder zwei sind es, glaube ich, sogar schon davon. Ja, tatsächlich. Ich glaube so. Ich glaube, ein paar davon sind tatsächlich schon draußen. Ja, also da gucken wir mal. Genau. Und Jack kriegt ja, also ihr hört jetzt quasi wieder eine kleine Zusammenfassung. Ich werde ein bisschen über die Filme reden, ob die empfehlenswert sind oder nicht. Und dann kann der Jack ja, wenn er Lust hat, sich ein paar davon ansehen, die jetzt vielleicht besonders empfehlenswert sind. Ich werde jetzt natürlich weitestgehend auf Spoiler verzichten. Klar, wir werden jetzt eine kleine Zusammenfassung, so eine kleine Synopsis, also so ein kleiner Anriss der Handlung, werden wir natürlich vorlesen. Und wer jetzt natürlich noch gar nichts über die Filme wissen will, der müsste dann natürlich abschalten. Aber gut, dann. Ciao. Tschüss. Jetzt raus. So. Haben wir das auch geklärt. Also Jack, dann, ich nehme Andros die Liste parat. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Sehr schön. Und zwar starten wir im Oktober noch 2018, also letztes Jahr. Und da hatte ich mir den Film A Star Is Born angesehen. Jetzt bin ich mal gespannt, Jack. Um was geht es in dem Film? Der in die Jahre kommende Rockstar Jackson Maine entdeckt die talentierte Sängerin Ellie und verliebt sich in sie. Ellie hätte ihren großen Traum von einer Musikkarriere fast aufgegeben. Jackson fördert sie und nimmt sie schließlich sogar mit auf seine Tournee. Ellie wächst mit ihm als Mentor zum Popstar heran, wodurch die persönliche Beziehung der beiden zu leiden beginnt. Jacksons innere Dämonen und seine Alkoholsucht stellen die Liebe der beiden auf eine Probe. Das hast du wunderbar zusammengefasst. Sehr dramatisch ausgedrückt. Und zwar A Star Is Born. Regie hat Bradley Cooper geführt, der übrigens auch den Protagonisten gespielt hat. Und Kamera hat, oder der Kameramann war Matthew Libatik. Sicherlich wieder richtig ausgesprochen. Das ist übrigens schon die vierte Verfilmung von A Star Is Born. Und zwar gab es einmal eine oder die erste von 1937. Dann 1954 und 1976 gab es nochmal eine. Ich habe keine dieser Versionen gesehen. Das war jetzt also quasi die erste. Und natürlich wurden die Filme dann immer an die jetzige Zeit angepasst. Also einige Elemente von diesem Film, der spielt eben in der Jetztzeit, wurden dann soweit angepasst. Und ja, das Ganze ist das Regie-Debüt von Bradley Cooper. Wie gesagt, der hat dann eben auch für seine Rolle Gesangstraining genommen. Weil er dann eben zusammen mit Stephanie Joanne Angelina Germanotta, besser bekannt als Lady Gaga, gespielt hat. Denn Lady Gaga hat hier eben die weibliche Hauptrolle gespielt. Ja, das Ganze ist schon ein sehr, wie sagt man, dramatischer Film. Schon ein sehr ernster Film. Also da sollte man besser die Taschentücher bereithalten. Und der Film eben wurde auch für acht Oscars nominiert und hat ihn für den besten Song erhalten, tatsächlich. Und im Film wurden eben auch einige Aufnahmen bei echten Lady Gaga-Auftritten gemacht. Also ich finde den Film ganz klar empfehlenswert. Soweit gut gespielt. Also gerade, wenn man jetzt bedenkt, eben das Regie-Debüt von Bradley Cooper. Und dass er dann auch nochmal Gesangstraining genommen hat und so weiter und so fort. Und das Ganze dann umzusetzen. Klar, eben schon sehr dramatisch, dass wir hier eben den Charakter des Bradley Coopers haben, der dann, ja, Alkoholiker ist. Und dann quasi von, genau, Jackson Maine und Ellie. Ja, und die Ellie, die dann quasi als neuer Star entdeckt wird. Also deswegen Star is Born. Ich glaube, die deutschen Versionen, der, genau, ein Stern geht auf. So hieß der, hieß die Übersetzung des ersten Films zum Beispiel noch. Ja, dramatischer Film, aber auf jeden Fall gut umgesetzt. Und ja, in meinen Augen ist es einfach eine Empfehlung, kann man sich auf jeden Fall mal gegeben haben. Ah ja, genau, bevor ich es vergesse. Ich hatte ja auch in den letzten Podcasts schon, da hatte ich immer so eine kleine Wertung rausgesucht. Und zwar von den gebräuchlichsten Seiten. Also hier zum Beispiel einmal Rotten Tomatoes, die IMDB, Internet Movie Database und Metacritics. Da werden dann eben immer die ganzen Kritiken zusammengefasst. Letztendlich muss man sich natürlich selbst den Film angesehen haben, um ihn dementsprechend bewerten zu können. Und hier bei Rotten Tomatoes zum Beispiel hat er 90 Prozent erreicht. Bei Rotten Tomatoes heißt das eben, dass 90 Prozent der Kritiker den Film gut fanden. Also der Film hat jetzt nicht eine Bewertung von 90 bekommen, sondern 90 Prozent hielten ihn für gut. Bei IMDB eben 77 und Metacritics 88 ist also auch wirklich gut angekommen. Durchaus ein empfehlenswerter Film. Der Nächste, der sollte dir zumindest was sagen. Ja. Ding, 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 ding. Sehr gut. Was? Halloween. Und was gibt es denn hier? Obwohl es schon 40 Jahre her ist, kann Laurie Strode die Ereignisse der Halloween-Feier im Jahre 1978 nicht verarbeiten. In jener verhängnisvollen Nacht entkam sie knapp den Serienmörder Michael Myers. Dieser Sitz war seit seiner Gefangennahme in einer Psychiatrie, kann allerdings bei einer missglückten Transport der Patienten fliehen. Nachdem er sich von zwei Podcast-Betreibern seine Maske zurückholt und die beiden umbringt, begibt er sich auf die Suche nach Laurie. Das war's mit uns, Jack. Oh mein Gott. Achtung, was? Also Halloween-Regie hat David Gordon Green geführt und die Kamera war von Michael Simmons. Das Ganze ist jetzt schon der elfte Teil der Halloween-Reihe und der dritte Teil der Halloween heißt. Also das ist mir auch schon bei unzähligen Videospielen aufgefallen und auch bei anderen Filmen. Ist dir das auch schon aufgefallen, dass neue Videospiele oder neue Filme einfach nur noch einen Einzelnamen haben? Also nur noch den Namen des Franchises und keine Nummer mehr? Durchaus zum Teil. Keine Nummer und kein Beititel mehr. Das war jetzt hier auch der Fall. Also, wie gesagt, das ist jetzt der elfte Teil der Halloween-Reihe, aber Halloween setzt direkt an den ersten Halloween-Teil an. Also nach Halloween kommt quasi Halloween. Ist doch logisch. Ich dachte Weihnachten und der Ostern quasi. Und der erste Halloween-Film ist eben von 1978. Der ist quasi, ja, ein absoluter Kultklassiker. Auch wirklich sehr empfehlenswert. Ich hatte mir den jetzt auch nochmal, ja, ich glaube, das muss dann auch wieder letztes Jahr gewesen sein, hatte ich mir den auch mal angeguckt. Ja, es ist einfach ein Klassiker, der eben auch mit einem relativ geringen Budget damals umgesetzt worden ist von John Carpenter. Der ja wirklich, gerade bei Horrorfilmen, eine absolute Regie-Legende ist. Der hat ja auch unter anderem, das Ding aus einer anderen Welt, ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Da hat er auch Regie geführt. Und die Musik stammt auch von John Carpenter. Und der hat jetzt eben bei diesem neuen Halloween-Teil, hat er sich auch wieder um die Musik gekümmert. Das waren dann eben solche, ja, wie sagt man, Neuauflagen von dem Original-Theme, das der Jack eben angespielt hatte. Auf jeden Fall tolle Musik, ohne Frage. Und ja, die Handlung von Halloween spielt quasi auf die Konfrontation zwischen Laurie und Michael Myers hin. Also wie gesagt, Michael Myers ist mal wieder ausgebrochen. Wer hätte damit gerechnet? Und Laurie bereitet sich quasi darauf vor, weil sie schon seit Jahren damit rechnet. Beziehungsweise seit dem ersten Halloween-Film, als eben Michael Myers im Gefängnis gelandet ist oder in der Anstalt, rechnet sie quasi damit, dass er früher oder später wieder ausbrechen wird und sein Werk beenden will. Und klar, Halloween ist eben so eine Slasher oder gilt als einer der ersten Slasher-Filme und ein absoluter Klassiker in dem Bereich. Und den Film sieht man sich dann natürlich auch gerne an, weil man kreative Morde sehen will. Jetzt bei diesem neuen Halloween-Film muss man sagen, dass die Charaktere und Dialoge doch schon ziemlich flach ausfallen. Wir haben jetzt hier von Laurie noch die Familie. Also sie hat jetzt natürlich eine erwachsene Tochter, die auch verheiratet ist. Und sie hat auch wiederum eine Tochter. Und man muss sagen, die meisten Charaktere fallen hier doch schon ziemlich flach aus. Man hat ein bisschen Humor reingestreut. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. An einer Stelle, ohne jetzt zu viel zu verraten, zertritt Michael Myers den Kopf von einer Person, um es mal so auszudrücken. Und ein Polizist findet eben diesen zertretenen Kopf und spricht durch sein Gerät eben nur durch, dass er eine Person gefunden hat, die vermutlich tot ist. Ja, kennt man ja. Zertretener Kopf, vermutlich tot. Und der Film hat so ein paar interessante Kameraeinstellungen, die so eine Reminiszenz an den originalen Halloween-Teil sind von 1978. Das fand ich eben ganz interessant. Also da hat man so ein bisschen den Kameraeinstellungen gespielt. Ja, und ansonsten eben wieder die großartige Musik von John Carpenter. Also fand ich den Film dann letztendlich tendenziell empfehlenswert. Also man muss sagen, ja, die Charaktere und die Dialoge und die Handlungen fallen dann letztendlich doch ein bisschen flach aus. Es ist quasi nur diese Konfrontation eben zwischen Laurie und Michael Myers. Und wer mal so ein paar interessante Tode sehen will, dem kann man das dann vielleicht mal empfehlen. Also ich würde auf jeden Fall jedem ans Herz legen, dass er sich den Original-Halloween-Teil ansieht. Der ist wirklich großartig. Ganz tolles Kino. Und den Teil kann man jetzt gesehen haben. Die restlichen Teile, die jetzt zwischen dem 1. und quasi dem 11. kamen, die muss man auch nicht wirklich gesehen haben. Die sind teilweise auch nicht sonderlich gut. Und jetzt zu Halloween sollen jetzt auch noch die nächsten Jahre zwei Fortsetzungen folgen. Und zwar, ich glaube, Halloween Kills und Halloween Ends sollen jetzt noch kommen. Und damit quasi dann die Reihe vielleicht zu Ende führen. Wer weiß das. Ja, aber tendenziell empfehlenswert. Vielleicht kann man da in den nächsten, ich hoffe, in den nächsten Filmen wird da noch ein bisschen was mit den Charakteren und der Handlung gemacht. Weil die Leute, die jetzt gestorben sind, da hat man jetzt nicht wirklich eine Verbindung zu denen aufgebaut. Also war das eigentlich egal. Man wollte einfach nur sehen, wie ein paar Leute, naja, von Michael Myers eben umgebracht werden. Sterb, sterb, sterb. Exakt. Ja. Ach, also wie gesagt, es ist ganz unterhaltsam. Den Originalfilm Halloween sollte man schon mal gesehen haben. Ist schon ein ziemlicher Klassiker, gerade im Slasher-Bereich. Den neuen Halloween-Film, also von 2018 jetzt, kann man gesehen haben. Tendenziell also empfehlenswert. Äh, ja, warte. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Äh, ja, genau. Äh, okay. Äh, Farooq, bul, sarah tritt im Jahre 1970 auf die Musiker Brian May, Roger Taylor und John Deacon, die auf der Suche nach einem neuen Sänger für ihre Band sind. Aus den Vieren wird Queen und aus Farooq wird Freddie Mercury, eine Legende. Gemeinsam feiern sie bald musikalische Erfolge und schreiben einen Hit nach dem anderen, wie etwa Bohemian Rhapsody. Doch hinter den schillernden Fassaden trifft Mercury ein schwerer Schicksalsschlag. Er krankt dann, ey. Tja, Bohemian Rhapsody. Mir fällt gerade übrigens ein, dass ich die Bewertungen von Halloween vergessen hatte. Ähm, ja, äh, ich, ich, ich reichte nochmal. Ja, ist nicht das erste Mal. Also bei Rotten Tomatoes hat er übrigens 79% erreicht, IMDb 66 und Metacritics 67. Also deckt sich so ungefähr mit meiner Meinung von dem Film. Egal, also Bohemian Rhapsody, der hat Brian Singer Regie geführt und Kameramann war Newton Thomas Siegel. Der Film ist ein biografisches Filmdrama, eben primär über Freddie Mercury. Ich muss dazu sagen, ich habe gemischte Gefühle, was den Film angeht. Ich bin ein großer Queen-Enthusiast. Ich finde die Musik echt großartig, ohne Frage. Rami Malek, der unter anderem aus Mr. Robot bekannt ist, spielt hier den Freddie Mercury und der hat wirklich exzellente Arbeit geleistet. Also gerade wenn man hier eben auf das Aussehen achtet oder auf die Körperbewegungen, auf die Gestiken und die Mimiken, da hat er sich schon echt extrem viel Mühe gegeben und hat ja auch den Oscar dafür bekommen, für seine Rolle. Die anderen Bandmitglieders sind auch gut besetzt. Warum der Film jetzt Bohemian Rhapsody heißt, klar, ist wohl das bekannteste, oder eines der bekanntesten Lieder von Queen. Großartiger Song übrigens, wahrscheinlich einer der besten überhaupt. Warum er jetzt unbedingt Bohemian Rhapsody heißt, ja, weiß man jetzt nicht. Der Film handelt eben primär über Freddie Mercury. Was den Film eben unter anderem noch besonders macht, klar, er hat eben die Musik von Queen als Soundtrack. Und welchen besseren Soundtrack kann denn ein Film haben, als diese großartige Musik? Also das sticht dann eben schon mal in diesem Film hervor. Also klar, die Leistung von Rami Malek eben und einmal die Musik. Die wahren Begebenheiten von Queen oder von Freddie Mercury, wie er zum Beispiel auf die Band getroffen ist oder wie deren Geschichte abgelaufen ist, wurden eben für die Dramaturgie abgeändert. Das wurde dann auch schon mal des Öfteren, also das war auch zumindest einer der Kritikpunkte, die ich des Öfteren mal gehört oder gelesen habe. Zum Beispiel das Zusammentreffen, wie Freddie auf die anderen Bandmitglieder getroffen ist. Und das hat so nichts stattgefunden, wie es zumindest im Film dargestellt worden ist. Zumindest war es in der Realität anders. Und was auch auffällt, eben viele Eigenschaften von Freddie wurden eben nur sehr oberflächlich behandelt. Und diese dramaturgischen Änderungen führen eben dazu, dass sich das Ganze sehr an einen klassischen Rockfilm, an so einen Bandfilm anführt. Weil da sehr viele Klischees mit eingebunden sind. Man kennt es ja aus Rockfilmen, dass sich zum Beispiel die Band zerstreitet, aber dann letztendlich wieder zusammenfindet und so weiter und so fort. Und in dem Film finden sich dann schon leider ein paar dieser Klischees. Der Film hat auch ein paar schöne Momente. Zum Beispiel, wer sich ein bisschen mit Freddie Mercury beschäftigt hat, weiß vielleicht, dass er sehr Katzen gemocht hat. Er hatte auch selber Katzen. Da gibt es ein paar Szenen. Oder zum Beispiel auch an einer Stelle, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, da sitzt er eben in seinem Haus oder in seiner Wohnung. Und ich glaube, gegenüber wohnt dann quasi seine Freundin und er schaltet dann die Tischlampe ein, um seiner Freundin was zu signalisieren. Das war sehr süß gemacht quasi. Und auch später hat er noch einen Arztbesuch. Das war auch ein sehr schön umgesetzter Teil. Also es gibt so ein paar schöne Szenen, ganz ohne Frage. Ansonsten ist es eben zum großen Teil wirklich wie ein generischer Rockfilm. Das fand ich dann ein bisschen schade, weil die Geschichte von Queen hat eben so viel Potenzial. Also Queen und Freddie Mercury, das gibt so viel her. Man hätte hier so viel machen können. Und der Film fühlt sich dann fast bei ein paar Stellen zu kurz an, obwohl er ja schon relativ lang geworden ist. Weil eben, ja, Freddie Mercury als Charakter ist eben so unglaublich interessant. Also da kann man so viel mit machen, obwohl der Film auch schon 135 Minuten lang ist. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, man hört es ja schon aus. Ich habe da durchaus gemischte Gefühle. Was auch noch auffällt, der Schnitt ist in ein paar Szenen wirklich sehr unglücklich gelungen. Da gab es auch ein paar interessante YouTube-Videos. Da wurden eben mal der Schnitt vom Film auseinandergenommen. Und ein paar Szenen sieht man einfach, da hat man beim Schneiden eine, sagen wir mal, sehr unsaubere Arbeit geleistet. Das fand ich dann etwas unglücklich gelungen. Der Film hat aber trotzdem vier Oscars erhalten. Wie gesagt, unter anderem für den besten Hauptdarsteller, Ravy Malek, der hier wirklich tolle Arbeit geleistet hat. Und der Film hat auch über 900 Millionen Dollar eingenommen. Also ist das jetzt hier gerade die finanziell erfolgreichste Filmbiografie. Und ich habe auch ein kleines Zitat einer Review von The Guardian ausgepackt. Die hat das Ganze in meinen Augen ganz gut zusammengefasst. Eine Meisterleistung sei Maleks Darstellung des berühmten Life-Aid-Auftritts. Mit Blick auf die Jugendfreigabe würden in der Inszenierung seiner Münchner Zeit keine Exzesse dargestellt, sondern nur ein paar Küsse angedeutet und versteckte Hinweise auf sein wildes Partyleben gegeben. Ein mutigerer Film hätte die Wechselbeziehung zwischen Mercury's Hedonismus, seiner meist versteckt ausgelebten Sexualität und sowohl der realen als auch der Bühnenpersönlichkeit differenzierter erkunden können. Das hat es in meinen Augen ganz gut zusammengefasst. Wer sich ein bisschen auch mit Freddie Mercury auskennt, der weiß ja, dass er auch viel Zeit in Deutschland verbracht hat, unter anderem eben in München. Und im Film wurde das dann eben nur, ja, in einer einzigen Szene wurde das eben dargestellt. Freddie hat ja auch schon, ja, sich einigen, sagen wir mal, Drogen hingegeben und Exzessen. Und das wurde eben dann nur so ganz kurz im Film gezeigt. Ich weiß nicht, ob man das dann wegen der Jugendfreigabe eben ein wenig sauberer halten wollte. Finde ich ein bisschen schade. Also der Film hätte in meinen Augen mehr hergegeben, ist trotzdem noch tendenziell empfehlenswert. Ich glaube, den meisten wird der Film einfach zusagen, weil die Performance von Rami Malek gut ist und weil die Musik einfach großartig ist. Queen gerade dann hier auch nochmal auf der großen Leinwand zu sehen und das Ganze zu hören, macht einfach Spaß. Also in dem Sinne tendenziell empfehlenswert. Die Bewertungen bei Rotten Tomatoes 61 Prozent. Also da waren auch gemischte Gefühle vorhanden. Bei IMDb hat er 80 Prozent erreicht. Also die meisten eben Zuschauer fand den dann wirklich gut. Metacritics aber auch nur 49 Prozent. Also man sieht, dass hier auch so die Meinungen von Zuschauern und den Kritikern quasi auseinander gehen. Das war dann auch, wenn ich das richtig sehe, der letzte Film aus dem Jahr 2018. Ja. Ja, Jack, was hältst du denn von Queen? Boah. Sag nichts Falsches, Jack. Halt dich zurück. Waren die, also, ne, das ist ja schon eigentlich so Geschichte, wenn man so will, weißt du? Absolut. Weil die, ja, lebten schon vor meiner Zeit. Hm, ja, dann, das ist Geschichte. Ja, also die Musik ist schon durchaus großartig. Bei dem Film kann ich jetzt halt nicht so viel dazu sagen. Ja, ja, klar, klar. Wie gesagt, klar, die Musik ist schon legendär irgendwo, ähm, sonst würde man sie heute auch nicht kennen. Klar. Weil, wie gesagt, das ist halt schon, wenn du jetzt mal hergehen würdest und ein paar Jährchen weiter, ja, die Generation, die jetzt irgendwo mal so das Licht in der Welt erblickt und du fragst sie nach aktuellen Künstlern, ich glaube, da werden die wenigsten davon irgendwen kennen. Ja. Also ich vermute mal fast alle, die heute aktuell sind, so 90%, 95% davon wird keiner mehr kennen zu der Zeit. Ja, das würde ich auch sagen. Also, äh, Queen hat da schon den, äh, Test der Zeit quasi überstanden, wie auch ein paar andere Künstler. Ist in meinen Augen, ist die schon echt legendär. Genau, aber da würde ich soweit zustimmen. Und, äh, 2019, was wartet auf uns? Wir. Wir warten drauf. Also, wir warten, ne? Also, ne, wir warten noch. So, eine durchschnittliche amerikanische Familie fährt gemeinsam in den wohlverdienten Urlaub. Sie genießen ihre Zeit und sind guter Dinge, bis eines Nachts plötzlich eine Gruppe unbekannter, bedrohlicher Menschen vor ihrem Ferienhaus auftauchen. Die Familie fürchtet sich, doch bald müssen sie feststellen, dass die Gestalten ähnlicher sind, als sie zunächst zugeben wollten. Es stellt sich heraus, dass sie selbst ihre schlimmsten Albträume auf Erden sind. Ja, das, äh, ich mag diese Zusammenfassungen. Also, wir, äh, von, äh, Regisseur Jordan Peele. Der hatte schon den Film Get Out. Das war, ich glaube, Get Out war sein Regie-Debü sogar. Kameramann war Mike Giulakis. Genau, das ist, äh, der zweite Film von Jordan Peele. Wie gesagt, das erste war ja eben Get Out. Und im Film steht die Familie Wilson im Vordergrund, besonders eben die Mutter Ada. Und der Film, äh, hat gute schauspielerische Performance und auch gute Kameraarbeit. Besonders am Anfang eben, äh, sieht man noch, wie die Mutter Ada noch als kleines Kind auf einem Vergnügungspark ist und in so eine Art, ja, ich glaube, so eine Art Spiegelkabinett geht. Aber ich will natürlich hier nicht zu weit vorweg nehmen. Und das Ganze ist eben schon eine durchdachte Mischung aus Horror, Humor und Gesellschaftskritik. Kommt in meinen Augen nicht ganz an Get Out ran. Das war ja wirklich ein ziemlicher Überraschungserfolg, würde ich sagen. Hat aber trotzdem jetzt auch interessante Symbolik und Themen eben. Also wie gesagt, diese Familie Wilson, die eben einen kleinen Urlaub macht, die trifft dann quasi auf sich selbst. So viel kann man schon mal sagen. Äh, hatte man, glaube ich, auch im Trailer gesehen. Also quasi auf ihre Doppelgänger. Und zu dem Film gibt es echt unzählige Interpretationen. Also da kann man wirklich mal ein bisschen drüber nachdenken. Und ich weiß nicht, bei VIA hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass man hier ein bisschen größeren Dimensionen gearbeitet hat. Bei Get Out war es ja noch so ein bisschen kleiner gehalten. Da ging es ja darum, dass eben eine Frau eben ihren schwarzen Freund mit zu ihrer Familie bringt. Und alles wirkt da so ein bisschen merkwürdig und eskaliert dann ziemlich. Get Out ist auch wirklich ein echt großartiger Film. Also über den hatte ich auch schon mal im vorigen Podcast gesprochen. Und gerade jetzt auch bei VIA, da habe ich über, ich werde jetzt natürlich nicht das Ende vorweg nehmen, aber gerade vor dem Ende habe ich da gemischte Gefühle. Da bin ich nicht so ganz d'accord gegangen. Und auch die Kritiker und die Zuschauerbewertungen gehen bei dem Film so ein bisschen auseinander. Auch gerade bei Rotten Tomatoes, da hat er zum Beispiel 93 Prozent erreicht bei den Kritikern, also wirklich sehr gute Bewertungen. Bei den Zuschauern war es aber nur 59 Prozent. Also die sind da nicht so ganz mitgegangen. Und ich habe hier auch ein Zitat von Regisseur Piel ausgepackt. Die besten und furchterregendsten Monster in der Welt sind menschliche Wesen und wozu wir in der Lage sind, besonders wenn wir aufeinandertreffen. Ich habe an diesen Prämissen dieser verschiedenen sozialen Dämonen gearbeitet. Diesen inhärenten Monstern der Art, wie sie in unser Denken und unsere Interaktion eingewoben sind. Und ihm sei es sehr wichtig gewesen, eine schwarze Familie ins Zentrum eines Horrorfilms zu stellen. Jedoch gehe es darin nicht um die Rassismus-Thematik, sondern um die simple Tatsache, dass wir unsere eigenen schlimmsten Feinde sind. Monster und Geschichten über Monster seien unsere besten Mittel, um zu tieferen Wahrheiten vorzudringen und unseren Ängsten als Gesellschaft entgegenzutreten. Also das ist jetzt zumindest mal von Regisseur Piel so ein bisschen der Hintergrund der Sache, dass man eben, ja man kennt es ja in Horrorfilmen eben, die besseren Horrorfilme arbeiten ja oft mit einer psychologischen Komponente, dass eben das, ja das eigentliche Monster im Menschen selbst steckt sozusagen. Und das ja viel beängstigender ist, als wenn man jetzt auf irgendwelche, keine Ahnung, komischen Monstren oder so weiter trifft. Und ich habe ja auch eine kleine Kritik von Variety. John Piel erkläre im Film nicht viel über diese mysteriösen Doppelgänger. Erst im letzten Drittel versuche der Film seinen komplizierten Masterplan zu erklären und dabei eine ebenso gut durchdachte Metapher für das S aufzuzeigen. Der Bereich in unserer Psyche, der für die Impulse und die unbewussten Aspekte unseres Denkens zuständig ist. Wie der versunkene Ort den Piel für Get Out erfunden hatte, schaffe er hier eine visuelle Allegorie für die dunkleren Aspekte unserer eigenen Sozialisation, durch die wir mit dem Monster konfrontiert werden, das in jedem von uns lauert. Und ja, das war auf jeden Fall, soviel schon mal zu wir. Also von meiner Seite aus doch noch ein empfehlenswerter Film. Wie gesagt, ist ja so ein bisschen eine gespaltene Meinung hervorgerufen. Auf IMDB hat er jetzt zum Beispiel 69 Prozent erreicht, auf Metacritics trotzdem 81. Also ist immer noch überwiegend positiv soweit bewertet. Wie gesagt, ich fand ihn nicht ganz so gut wie Get Out. Aber er hat schon echt ein paar interessante Interpretationsansätze. Also wem sowas zu sagt, der kann sich da vielleicht mal ein bisschen mit beschäftigen. Also ist schon ein bisschen mehr zum Nachdenken gedacht, der Film. Ja, soviel dazu. Aber bei der Namensgebung muss man ja sagen, irgendwie benutzt du so Horrorfilme ja sehr gerne Personalpronomen, kann das sein? Äh, anscheinend, meinst du jetzt wegen Us, also genau, wir, es, daran hatte ich jetzt auch gedacht, ganz genau. Demnächst kommt dann noch ihr, ich, wir, sie. Ich, du, er, sie, es. Ähm. Äh, ja, wer weiß. Was? Also vielleicht ist das ja auch so der Trick dahinter, warum sie so viel Geld einnehmen. Ich meine, ist ja prägnant, ist ja prägnant, ne? Also wir, es und so weiter, kann man sich schnell merken. Also ich kann mir jetzt gut den Film vorstellen, ich. Ich. Weißt du, und dann hast du so dein eigenes, böses, welches. Also ein bisschen wie wir, nur auf eine einzelne Person bezogen. Ich. Das ist das Neue. Und weißt du, keine Schwarzen, sondern Weißen. Ich werde es an Jordan Peele. Oder an Asiaten. Ich werde es weiterreichen. Ich werde, ich werde die Idee weiterreichen, Jack. Das ist eine Idee. Oh mein Gott. Aber du, jetzt wärst lustig, weißt du so, wenn du den Podcast ausstrahlst, plötzlich wird der Film vorgestellt. Ich. Oh Gott. Also spätestens dann würde ich bei Hollywood anfangen. Nein. Ja, sicher. Drehbücher schreiben. Also da springen wir erstmal ein bisschen in den Juni. Also da waren aber nicht viele drin, du hör mal. Ach ja, genau. Ach stimmt. März, Juni. Z, 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 z. Ich hatte mir, genau, also wir hatte ich mir auch erst im März angesehen, genau. Und der nächste Film ist jetzt im Juni. War ein bisschen weniger los. Ich würde jetzt einen ikonischen Schrei loslassen, aber den kann ich leider nicht so gut nachmachen. Aber fast jeder wird irgendwie wissen, was man meint. Gleich werden sie es wissen. Ja, bei Godzilla 2, King of the Monsters. Ne, also weißt du Bescheid. Das Tolle ist die Synapsis hierzu, die ist wirklich aussagekräftig. Lest du die jetzt einfach mal vor und danach müssen wir beide wahrscheinlich lernen. Ich glaube, ich hatte die auch gelesen. Ja, lest die mal vor. Die Welt hat Angst vor neuen Monsterangriffen. Die Organisation Monarch versucht, die bisherigen Monster zu studieren. Sie werden von der Regierung unter Druck gesetzt. Ein Ökoterrorist klaut ein Gerät, mit dem er die Monster kontrollieren kann. Und das war die Synapsis. Das ist der Film. Boom. Das ist echt fantastisch, ey. Ja, die Ökoterroristen, auf die werde ich auch gleich nochmal eingehen. Also, Godzilla 2, King of the Monsters. Da hat Michael Daggerty Regie geführt und Kamera war Lawrence Schere. Das Ganze ist die Fortsetzung zu Godzilla aus dem Jahr 2014. Da hatte ich auch der Brian Cranston zum Beispiel mitgespielt. Wir hatten in einem der vorherigen Podcasts, hatte ich auch über den Film gesprochen, der Godzilla von 2014 war so weit solide. Also, ganz gutes Popcorn-Kino. Hat ganz gut funktioniert. Und jetzt bei Godzilla 2, ich werde ein paar harsche Worte an diesen Film richten müssen. Also, es geht im Zentrum quasi. Also, klar, es geht um Godzilla und die ganzen Monster, das ist schon klar. Aber wir haben natürlich noch die menschliche Komponente. Und zwar haben wir hier die Familie Russell, einmal die Tochter Madison, die Mutter Emma und der Ex-Mann Mark. Die sind alle Wissenschaftler. Und die Handlung von dem Film ist absolut Hanebüchen. Also, wir haben einmal die Ökoterroristen, die die Kaijus, also diese Riesenmonster, auf die Welt loslassen. Und das machen sie quasi, weil die Menschen eben unter anderem für den Klimawandel oder die globale Erwärmung eben beteiligt sind. Und sie wollen eben die Menschen dezimieren. Und deswegen sind es eben Ökoterroristen, die machen das quasi für die Umwelt. Also, die lassen erstmal einen Haufen Riesenmonster los, um die Menschheit auszurotten. So kennt man das ja. Und dann haben wir unter anderem noch einen stereotypischen japanischen Wissenschaftler, der eben im Einklang mit den Monstern leben will. Und das Ganze irgendwie friedlich lösen will. Und dann haben wir im Laufe der Geschichte eine Wissenschaftlerin, die rein zufällig in den letzten Jahren Nachforschungen angestellt hat über diese ganzen Monster und natürlich genau weiß, was man jetzt als nächstes machen muss. Der Film hat absolut schreckliche Dialoge. Er hat sehr viel Kitsch dabei und sehr viel Exposition. Also, diese ganzen Gespräche führen nur darauf hinaus, um zu erklären, was gerade passiert, was passiert ist, was gleich passieren wird. Also, es sind jetzt keine natürlichen menschlichen Dialoge so. Zum Beispiel während einem Flug sagt ein Charakter, oh mein Gott, und der andere ergänzt Ziller. Wow. Also, auf dem Niveau sind in etwa die Dialoge. Hätte ich einen Grillenzirben, ich hätte es jetzt eingespielt. Ich echauffiere mich nur so darüber, weil der Film, der hatte so ein riesen Budget. Und dann kriegt man es nicht mal hin, eine halbwegs kohärente Geschichte zu schreiben. Also, ich meine, der Film hat einen Anfang. Wie gesagt, die Öko-Terroristen tauchen auf, klauen dieses Gerät, mit denen sie quasi diese ganzen Monster manipulieren können. Dann werden Monster freigelassen im Laufe des Films, kämpfen natürlich gegeneinander und löschen irgendwie einen Haufen Städte aus. Und am Ende gibt es halt irgendwie noch ein Ende. Aber das, was so zwischen Anfang und Ende passiert, es ist teilweise echt völlig hanebüchen. Also, die Jugendliche, Madison Russell, die hat, also, die Junge, die hat mir gefallen. Also, natürlich, ihre Performance versteht sich. Ansonsten, die anderen erwachsenen Charaktere, die, ja, die waren einem völlig egal. Also, die Mutter und gerade der Vater, also der Ex-Mann Marc eben, die ideale Wissenschaftler sind, da ist das Handeln auch nicht wirklich nachvollziehbar. Und man muss ehrlich sagen, es ist völlig egal, was denen passiert. Also, wenn, dann will man sich eigentlich nur die ganzen Monster ansehen, besonders eben Godzilla. Und man muss sagen, visuell ist das Ganze schon teilweise relativ beeindruckend gelungen. Also, zum Beispiel haben wir das Aufeinandertreffen von Godzilla und King Ghidorah. King Ghidorah ist eben dieses Drachen-ähnliche Wesen mit den ganz vielen Köpfen. Haben bestimmt schon mal viele gesehen. Das sieht schon visuell sehr beeindruckend aus. Man muss aber auch sagen, es wurden viele Wetter-, Schnee- und Wassereffekte verwendet. Zum Beispiel eben als diese Godzilla und King Ghidorah, als die, ich glaube, am Nordpol aufeinandertreffen. Und mit diesen Wettereffekten kann man ja schon wieder relativ viel verschleiern. Also, es sah schon gut aus, schon ziemlich aufwendig. Also, da wird schon sehr viel Geld in die ganzen CGI-Effekte geflossen sein. Aber klar, mit diesen Effekten kann man doch schon ein bisschen was verschleiern, mit diesem ganzen Schnee und Wasser und so weiter. Und im ersten Godzilla-Teil von 2014 beispielsweise war nur sehr wenig von Godzilla zu sehen. Und das wurde da im ersten Teil ein bisschen kritisiert. Da haben sie ja sehr lange quasi die Spannung versucht aufrechtzuerhalten. Und hat Godzilla quasi nur am Ende in voller Gänze gesehen. Und jetzt in Godzilla 2 sieht man direkt von Anfang an quasi die ganzen Monstren. Ja, wie gesagt, aber diese Hanebüchen-Geschichte, die macht einen dann doch echt fertig. Auch bei den Kämpfen, da wurde teilweise echt ziemlich oft hin- und hergeschnitten. Das fand ich dann auch ein bisschen, ja, ist mir ein bisschen negativ aufgefallen. Also, da hätte man ruhig mal ein bisschen länger draufhalten können. Weil, also, die ganzen Monster, die sind schon sehr, ja, wie gesagt, sind sehr beeindruckend gelungen. Wie gesagt, wenn das ja sowieso per CGI gemacht ist, dann hätte man da vielleicht ein bisschen länger draufhalten können. Was aber auch noch auffällt, der Film wurde von Kritikern wirklich ziemlich negativ bewertet. Aber von vielen Godzilla-Enthusiasten hingegen ziemlich positiv sogar. Also, da herrscht dann eben wieder diese Diskrepanz. Also, hier zum Beispiel bei Rotten Tomatoes, da haben die Kritiker 42% gegeben. Und die Zuschauer wiederum 83%. Also, da sieht man diesmal wirklich eine ziemlich große Diskrepanz. Weil eben viele der Godzilla-Enthusiasten, ja, die wollen eben Kaiju-Action haben. Der Film hat auch schon ziemlich viele Referenzen an ältere Godzilla-Filme. Beziehungsweise tauchen ja unzählige von diesen Kaijus auf. Und Godzilla hat ja gerade in Japan, äh, gibt's ja schon unzählige Godzilla-Filme. Und da gibt's ja auch sehr viele Anhänger eben davon. Und denen scheint das Ganze dann wahrscheinlich sozusagen klar. Weil die visuellen Effekte und so weiter ist schon sehr aufwendig gelungen. Hier als große Hollywood-Produktion. Aber, ja, die Geschichte und die Charaktere und so weiter, das hat mich einfach überhaupt nicht mitgenommen. Und, ähm, das war, das muss wirklich einer meiner schrecklichsten Filmerlebnisse im Kino gewesen sein. Also, ich fand's wirklich überhaupt nicht gut. Und, äh, deswegen muss ich halt sagen, tendenziell nicht empfehlenswert. Äh, der Film hat ein Anfang und der hat ein Ende. Zwischendrin passiert halt irgendwas. Äh, ja, wer halt ein paar Monster kämpfen sehen will, der kann sich das vielleicht ansehen. Äh, wie gesagt, es ist einfach nicht meins. Es gibt eben Godzilla-Enthusiasten, denen gefällt das. Aber, äh, das war echt überhaupt nichts für mich. Also, ich, ich fand's einfach schrecklich. Wirklich. Gerade, gerade Dialoge und so weiter. Das, äh, hat mir wirklich nicht so sehr zugesagt. Aber ich würde sagen, das war's mit Godzilla. Ich frag mich, ob Jack noch da ist. Oh, das dürfte, äh, naja, das, das ist vielleicht für Jack auch ein bisschen interessanter. Juli, warte mal, Juli, was haben wir hier? Äh, ja. Der Conan-Film, meinst du? Ganz recht. In Tokio kommt es zu einer gewaltigen Explosion in der Edge-of-Ocean-Einrichtung. Kokoro Mori wird verdächtigt und festgenommen. Conan will dessen Unschuld beweisen und beginnt zu ermitteln. Dabei werden ihm jedoch Steine in den Weg gelegt. Wieder so eine sehr kurze. Ganz recht. Detektiv Conan, Film 22, Zero, der Vollstärker. Yuzuru Tachikawa hat Regie geführt. Und wir hatten ja schon mal in einem der Anime-Podcasts, hatten wir schon mal über Detektiv Conan gesprochen. Und zwar in sehr, ja, eigentlich in sehr positiven Worten. Ja, da bin ich eben ein großer Enthusiast davon. Klar, früher hatte ich da eben einige Episoden gesehen. Ich wollte jetzt auch mal wirklich lange damit anfangen, endlich mal wieder die Serie anzusehen. Das ist ja schon wieder Jahre her, seitdem ich das letzte Mal die Serie gesehen hatte. Ja, und es war auf jeden Fall schön, mal Conan auf der großen Leinwand zu sehen. Es waren auch alle alten Synchronsprecher, die deutschen Synchronsprecher, versteht sich, waren wieder im Kino zu hören. Ich finde das großartig. Also ich fand auch immer die deutsche Synchronisation, die Lokalisierung von Conan, fand ich immer sehr gelungen. Das fand ich sehr schön. Was ich ein bisschen schade fand, also Kogoro Mori wird eben festgenommen, weil er verdächtigt wird, eben diese Explosion und so weiter ausgelöst zu haben. Ich glaube, die meisten werden sich schon denken können, dass er natürlich nicht an der Explosion beteiligt war. Und er hat dann nur einen sehr kurzen Auftritt in dem Film. Das fand ich so ein bisschen schade. Der Film ist sehr ruhig inszeniert und gibt einem echt einen Einblick in das japanische Justizsystem. Also so intensiv hatte ich das auch in... Gut, ich habe jetzt schon Ewigkeiten kann Conan mehr gesehen. Aber das hatte ich auch so noch nicht gesehen, dass man so detailliert auf das Justizsystem eingegangen ist, eben, dass sich die Conan und so weiter holen sich dann natürlich einen Anwalt, um dann versuchen, den guten Kogoro zu verteidigen und natürlich rauszuholen. Und natürlich Conan stellt seine eigenen Nachforschungen an, wer denn jetzt für diese ganzen Explosionen und so weiter tatsächlich zuständig war. Und natürlich haben wir wieder die völlig übertriebene Action, die dann zwischendurch passiert, die so überhaupt nicht passieren könnte. Und ich habe hier ein kleines Zitat von Nino Taku ausgepackt. Das fand ich ganz gut. Wäre also kein Problem mit fliegenden Autos, die jeder Regel der Schwerkraft trotzen und Freude an einem Wechselspiel zwischen informationslastigen Dialogen und stumpfer Action jenseits jeglicher physikalischer Gesetze hat, den können wir Zero der Vollschrecker nur allerwärmstens ans Herz legen. Ich muss sagen, ich hatte ja schon ein paar Conan-Filme gesehen, unter anderem den sechsten Film, das Phantom der Baker Street. Und ich glaube, den siebten hatte ich auch gesehen. Das Komplott über dem Ozean. Die beiden Filme fand ich dann schon ein gutes Stück besser, muss ich jetzt sagen. Also der Film ist von meiner Seite aus immer noch tendenziell empfehlenswert. Ja, wer jetzt einfach Anime mag oder wer Conan mag, kann sich das dann Ganze vielleicht mal ansehen. Wie gesagt, also in die Serie werde ich auf jeden Fall auch noch mal reingucken müssen. Und ein paar der vorherigen Filme fand ich da ein wenig besser gelungen. Also tendenziell empfehlenswert. Ach so, auf IMDb hat er auch 62 Prozent erreicht. Der nächste Film. Oh, da bin ich jetzt sehr gespannt. Du meinst Apocalypse Now? Ganz recht. Ich hoffe, die Synopsis ist jetzt korrekt, weil der Film ist ja durchaus schon etwas... Älter? Ja, älter, genau. So, auf dem Höhepunkt des Vietnamkrieges erhält der... Militärpolizist Käpt'n Williard, ein waghalsiger Auftrag. Gemeinsam mit einer kleinen Truppe Soldaten begibt er sich in Richtung kambodschanischer Grenze, um einen hochrangigen US-Militär Colonel Kurz zu liquidieren. Kurz, der sich mit einer folgsamen Einheit im Dschungel verstands hat, gehorcht keinerlei Militärbefehle und mehr... Äh, keinerlei Militärbefehle. Irgendwie steht sie ein bisschen komisch. Und doch, für Angst und Schrecken. Ach ja, Apocalypse Now. Kam ursprünglich 1979 raus. Jetzt fragt sich der eine oder andere, warum der Film jetzt hier dran kommt. Und zwar ist er zum 40-jährigen Jubiläum nochmal vereinzelt in Kinos ausgestrahlt worden. Und zwar nur am 11. Juli. Wenn ich mich nicht irre, das heißt, am 11. Juli war ich dann in einem Kino, wo er glücklicherweise ausgestrahlt worden ist. Und zwar existieren von dem Film mehrere Schnittfassungen. Also einmal existiert die Original-Kino-Fassung von 79. Die ist 153 Minuten lang. Dann kam 2002, glaube ich, die Redux-Version. Die ist 202 Minuten lang. Und jetzt eben 2019, am 11. Juli, kam der Final Cut. Also angeblich jetzt die letzte Schnittversion. Die ist ein wenig kürzer als die Redux-Version. 183 Minuten jetzt. Und ist eben eine 4K-Abtastung mit überarbeitetem Dolby Atmos-Sound. Und das ist wirklich ganz großes Kino, Leute. Also Apocalypse Now gilt ja als absolutes Meisterwerk. Ist auch in meinen Augen einer der besten Filme aller Zeiten. Also den sollte man definitiv gesehen haben. Entweder eben der Final Cut, wie gesagt, jetzt eben auch mit 4K-Abtastung und dem tollen Dolby Atmos-Sound. Klingt wirklich großartig. Auch die deutsche Tonspur und so weiter, die wurden auch alle überarbeitet. Also da hat man sich sehr viel Mühe gegeben, dass das Ganze super klingt. Auch die Redux-Version, wie gesagt, die ist ein bisschen länger. Die kann ich auch sehr empfehlen. Denn je mehr von dem Film, desto besser. Aber wie gesagt, die 202 Minuten, das ist eben schon ein ganz schönes Stück. Sehr lange. Aber der Film ist ein absolutes Meisterwerk. Den sollte man gesehen haben. Und ich kann hier mal ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Ich habe mir hier so ein bisschen was aufgeschrieben. Also Jack hat ja jetzt eine kleine Synapsis gegeben. Genau, und zwar zum 40-jährigen Jubiläum, wo der Apocalypse Now in einer finalen Schnittfassung erneut im Kino aufwirrt. Das Meisterwerk ist ein Antikriegsfilm von Francis Coppola aus dem Jahre 79. Der Film spielt 1969 während des Vietnamkriegs Captain Benjamin Willard. Also das hatte ja der Jack eben schon vorgelesen. Der übrigens gespielt wird von Martin Sheen. Das ist der Vater von Charlie Sheen. Er hält den geheimen Auftrag, den abtrünnigen und anscheinend wahnsinnig gewordenen Colonel Walter Kurz, der von Marlon Brando gespielt wird, zu töten. Gemeinsam mit weiteren Soldaten reist Willard auf einem Fluss nach Kambodscha, wo kurz wie ein König über die Anhänger herrscht. Bei diesem Höllentrip durch den Dschungel werden die Widersprüche, die Absurdität und das Grauen des Krieges aufgezeigt. Im Verlauf der Reise zweifelt Willard zunehmend an seinem Auftrag, stellt sich letztendlich doch kurz gegenüber. Der Film basiert lose auf der Erzählung Herz der Finsternis von 1899. Der Handlungsort wurde unter anderem nach Vietnam verlegt. Und Hearts of Darkness, Filmmakers Apocalypse, ist eine Dokumentation von Coppolas Frau Eleanor, die sich um die Produktion von Apocalypse Now und den großen Schwierigkeiten dreht. Der Film wurde unter anderem in den Philippinen und der Dominikanischen Republik gedreht, wo unter anderem das Filmset von Truppenstürmen zerstört wurde und Martin Schien einen Herzinfarkt erlitt. Des Weiteren wurden die Dreharbeiten und das Budget weit überzogen. Und genau, 2001 erschienen eben die Redux-Version und 2019 dann der Final Cut. Also, ja, der Film, den muss man wirklich einfach gesehen haben. Also, wenn ich den jetzt in seiner Gänze hier behandeln würde, dann würde das beim besten Willen den Rahmen sprengen. Also, Apocalypse Now, das ist ja wirklich nochmal ein Film. Da könnte man sich nochmal in einem zukünftigen Podcast, könnte man sich da vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter quasi unterhalten. Also, natürlich ein sehr empfehlenswerter Film. Den Film sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Ich habe hier noch ein paar Kritiken ausgepackt. Und zwar von Coppolar, virtuos inszenierter Kriegs- und Antikriegsfilm, der in seiner zwiespältigen Darstellung der ästhetischen Faszination des Krieges weniger die militärischen und politischen als vielmehr die psychischen Aspekte des Vietnam-Debakels zu erhellen versucht. Basierend auf einem Roman von Joseph Conrad wird die Grausamkeit des Krieges ebenso deutlich wie seine Sinnlosigkeit. Die überarbeitete Fassung, die vermeintlichen Nebenhandlungen, größeren Raum zu belegen, setzt neue Maßstäbe und lässt noch eindeutiger in die Abgründe der menschlichen Seele blicken. Ich glaube, eine größere Empfehlung kann ich Ihnen nicht geben. Also Apocalypse Now sollte man, in welcher Schnittfassung auch immer, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Sehr große Empfehlungen und sehr faszinierend, also gerade auf der Blu-ray, da war eben auch die Dokumentation dabei, was da passiert ist. Also es gab so viele Unglücke. Es wurde auch schon in den Medien, während der Film produziert wurde, wurde schon in den Medien davon berichtet, dass der Film ein Flop wird. Und Coppola, also Francis Ford Coppola, der ja auch übrigens die Pate-Filme, da hat er auch Regie geführt, Er hat schon gedacht, dass Apocalypse Now auch ein Flop wird, weil die Dreharbeiten eben weit überstiegen worden sind. Also es wurde ursprünglich, sollte der Film in 14 Wochen abgedreht werden, aber man brauchte 16 Monate letztendlich. Also ist man da dezent über den Plan hinausgegangen. Aber der Film ist absolut fantastisch geworden. Also wirklich ganz große Klasse. Ja, was? Oh, du bist noch da. Sehr schön. Genau. Nein, ich bin wieder da. Das war Apocalypse Now. Müsst ihr gesehen haben. Jack, sieh ihn dir an. Achso, okay, ja, 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 nee, was? Wer, wie, wo? Der Nächste. Was? Der Nächste. Once Upon a Time in Hollywood, da habe ich tatsächlich mal den Trailer von gesehen. Ah, wow. Da bist du ja weit informiert. Ja, also, auf jeden Fall, ich könnte mehr erzählen, als die Synopsis erzählt. Sagen wir es einfach mal so. TV-Darsteller Rick Dalton und sein Stunt-Double sind unzufrieden, da sie noch nicht den erwartesten Ruhm erlangt haben. Rick versucht es über seine berühmte Nachbarin. Es sind gefährliche Zeiten. Neben Hippies läuft auch Charles Manson frei herum. Sehr schön. Once Upon a Time in Hollywood, der neunte Film von Quentin Tarantino aus dem Jahr 2019. Ich habe ja auch noch mal eine kleine Zusammenfassung, die trifft das dann vielleicht noch ein bisschen genauer. Der Film spielt in Los Angeles im Jahr 1969. Der Schauspieler Rick Dalton, gespielt von Leonardo DiCaprio, ist in den 50er Jahren durch Western-Serien wie Bounty Law zum Fernsehstar geworden. Er äußert seinem besten Freund und eigenem Stunt-Double Cliff Booth, gespielt von Brad Pitt gegenüber, dass er sich Sorgen um seine weitere Karriere macht. Cliff ist ein alter Kriegsveteran und derzeitiger Assistent von Rick. Die Schauspielerin Sharon Tate und Sharon Tate ist eine real existierende Person, die hier im Film von Margot Robbie gespielt wird. Und der Ehemann Roman Polanski, der Regisseur, kennt man vielleicht, auch eine reale Person, ziehen derweil in Rick Daltons Nachbarhaus. Wir verfolgen nun einzelne Abschnitte der Charaktere in Hollywood, insbesondere Rick Dalton und Cliff Booth. So trifft Cliff am Set von The Green Hornet, Bruce Lee, und liefert sich einen Freundschaftskampf. Er beobachtet ebenso, wie ein unbekannter Mann, Charles Manson, bei Polanski und Tate klingelt. Später lernt er die Anhalterin Pussycat kennen, die mit anderen Hippies auf einer Ranch lebt. Ja, What's Upon a Time in Hollywood, wie gesagt, der neunte Film von Quentin Tarantino. Die Protagonisten, also einmal Leonardo DiCaprio und Brad Pitt, haben hier wirklich eine großartige, schauspielerische Performance abgeliefert. Und man muss so ein bisschen den Hintergrund von der ganzen Geschichte wissen. Und zwar wird hier natürlich Charles Manson und die Manson Family wird hier thematisiert. Denn man muss wissen, Sharon Tate, die Schauspielerin eben, Frau von Roman Polanski, wurde am 9. August 1969, während sie schwanger war, von der Manson Family getötet. Und der Film behandelt ebenso ein bisschen die Begebenheiten um. Sharon Tate, Charles Manson und die Manson Family. Charles Manson, der sympathische Mann mit dem Hakenkreuz auf dem Kopf, der ist ja erst 2017, genau, ist er gestorben. Der hatte auch unter anderem eben diese, ja, diese, diese Hippie-Kommune, also diese Manson Family eben, gegründet. Die Manson Family ist eine Bezeichnung für eine Gruppe junger Frauen und Männer um Charles Manson, die 69 mehrere Morde in Kalifornien begingen. Manson nutzte laut den Ergebnissen der Gerichtsverhandlungen den kollektiven Drogenkonsum, sein Charisma und sexuelle Gewalt, um seine Anhänger gefügig zu machen. Gleichzeitig wurde die Family öffentlich als rassistische Hippie-Kommune wahrgenommen. Und, ähm, ja, der Film behandelt so ein bisschen die Begebenheiten darum, wie gesagt, mit eben tollen schauspielerischen Performances und der Film arbeitet auf so einer Art Meta-Ebene, denn wir beobachten zum einen, wie der Schauspieler Leonardo DiCaprio den Schauspieler Rick Dalton darstellt und Rick Dalton wiederum spielt in dem Film, in Serien und auch zum Beispiel Werbeclips mit. Und wir sehen also daher einen Schauspieler, der einen Schauspieler spielt, der gerade irgendwelche Szenen schauspielert. Deswegen fand ich diese Ebene ganz schön. Und, äh, auch unter anderem beobachten wir Margot Robbie, die eben, äh, Sharon Tate spielt, wie sie in einem Kino zu Besuch ist und sich ihren eigenen Film quasi ansieht. Rollkommando, genau das war der Film. Und, ja, der Film stellt eben Hollywood in den 60er Jahren sehr detailliert da und ist so eine Art Liebesbrief von Tarantino an diese Zeit eben. Und der Film wirft dann auch gekonnt die Erwartungen von dem, äh, Zuschauer auf den Haufen. Und wie, wie gesagt, man sollte schon eben dieses historische Wissen um Charles Manson, die Manson Family und Sharon Tate haben, damit man den Film in seiner ganzen Gänze genießen kann. Und erst, wenn der Film vorbei ist, erschließt sich einem dann auch der Titel Once Upon a Time in Hollywood. Also, es war einmal in Hollywood. Und, äh, ja, also ich, ich, ich fand's großartig, wie ihr seht, ich spreche in sehr hohen Tönen von dem Film. Und, äh, der Titel von dem Film, also Once Upon a Time, ist übrigens auch eine Anspielung an Sergio Leone, ein, äh, großartiger Regisseur. Der hatte ja unter anderem Once Upon a Time in the West, also im Deutschen besser bekannt als Spiel mir das Lied vorm Tod. Da hat er die Regie geführt und auch bei weiteren, bei der Dollar Trilogie hat er eben auch die Regie geführt. Und das ist eben dann auch so eine, so eine Anspielung eben auch an die alten Western-Filmen, weil der Charakter eben unter anderem, also der Rick Dalton, ja auch eben in Western-Serien oder auch Italo-Western eben dann auch im Film selbst mitspielt. Ja, ich, ich, ich muss einfach in höchsten Ton von dem Film sprechen. Ich hatte mir jetzt auch das ganze Jahr über, ich glaub schon Ende 2018 hatte ich angefangen, hatte ich mir nochmal alle Quentin Tarantino-Filme angesehen. Und muss wirklich sagen, ich bin sehr begeistert von seinen Filmen. Once Upon a Time in Hollywood ist wahrscheinlich nach Reservoir Dogs und Pulp Fiction wahrscheinlich mein Lieblingsfilm von ihm gerade. Also ich war wirklich sehr angetan. Es wird wohl auch eine verlängerte Fassung, also in den USA wurde auch nochmal eine längere Kino-Fassung gezeigt und es soll wohl auch nochmal eine Serie, eine Serie aus diesem Film gemacht werden, denn es wurde noch viel mehr gedreht von dem Film und der Film ist ja jetzt auch schon, der ist auch 161 Minuten lang. Es wurde aber noch viel mehr Material gedreht und deswegen soll dann quasi der Film nochmal in Serienform erscheinen. Da bin ich also schon mal sehr gespannt, wie das dann aussieht. Ja, aber wie ihr seht, ich bin sehr angetan von dem Film, hatte auch auf Rotten Tomatoes 85% erreicht, IMDb 79% und Metacritics 83%. Ist für mich sehr empfehlenswert, ist einer der besten Filme des Jahres. Ich fand ihn einfach großartig. Also wirklich in meinen Augen einer der besten Tarantino-Filme. Er hat ja auch selbst gesagt, dass er nur 10 Filme insgesamt drehen will. Wie gesagt, das ist jetzt der Neunter, aber es fühlt sich schon so ein bisschen wie so ein, ja, so ein Abschiedsfilm an. Ja, ich fand ihn großartig. Also Jack kann ich dir auch sehr ans Herz legen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht. Wie viel hast du überhaupt mitbekommen von dem, was ich geredet habe? Was? Once Upon a Time? Das meiste. Das ist schön. Irgendwo vielleicht. Gut, gut, gut. Ja, ja, ja. Äh, September, der 6. S, Kapitel 2. Das nächste Personalpronomen. Ui. Nach 27 Jahren wird die kleine Stadt Derry wieder von einer Mordserie heimgesucht. Dem Bibliothekar Mike Handlow wird schnell bewusst, dass was los ist. Er kontaktiert seine ehemalige Freunde vom Club der Verlierer. Die leben inzwischen alle woanders. Das war schon? Ja. Eieiei. Sehr kurz und prägt nach. Ja, dieses Zusammenfassungen. Ich sag ja, irgendwie, vorhin waren die alle ein bisschen besser und etwas länger und im Moment sind die alle so, ja, sehr kurz. Keine Sorge, ich hab glücklicherweise für die späteren Filme hab ich selbst nochmal Zusammenfassungen aufgeschrieben. Dann kann man da ein bisschen Detaillierter eingehen. Also, S, Kapitel 2, da hat die Regie wieder Andy Muschietti geführt und Kameramann war Cecho Varesi, basierend auf dem Roman von Stephen King, der die Fortsetzung zu S, Kapitel 1 aus dem Jahr 2017 ist. 27 Jahre nach den Ereignissen aus Kapitel 1, in dem eine Gruppe Kinder der Club der Verlierer das Monster Pennywise bekämpft haben. Geschehen wieder ominöse Dinge. Der Clown Pennywise, gespielt von Bill Skarsgard, kehrt nach Derry zurück und Mike Henlon, der als einziger eben in Derry zurückgeblieben ist, greift zum Telefon und ruft eben seine alten Freunde an und zum Beispiel haben wir hier Bill, der nun als Autor arbeitet, Richie, der als Stand-Up-Comedian arbeitet und auch Eddie und Ben und Stanley werden angerufen und Mike erinnert seine Freunde an den Blutschwar, den sie vor 27 Jahren geleistet haben. Und Beverly, das einzige Mädchen eben aus dem Gruppen der Verlierer, die flüchtet nach dem Telefonat vor ihrem gewalttätigen Mann aus dem Haus und die Freunde treffen sich dann eben wieder in Derry und lassen dann die alten Zeiten so ein bisschen aufleben. Und sie haben so Erinnerungsprobleme, wissen nicht mehr so ganz, was damals vor 27 Jahren passiert ist und quasi nur Mike kann sich noch an alles erinnern, weil er nie aus Derry weggezogen ist. Und klar, wir haben wieder das Problem, 27 Jahre sind vergangen, also kehrt der Clown Pennywise wieder zurück. Ja, ich hab so, ich hab schon ziemlich gemischte Gefühle zu dem Film, muss ich sagen. Also, die ganzen, ja, der ganze Club der Verlierer, der muss sich quasi in dem Film mit seinen Ängsten auseinandersetzen. Das war ja auch so eine Thematik schon aus dem ersten Kapitel, wo sich die ganzen Charaktere dann damit auseinandersetzen mussten. und das gleiche ist jetzt hier auch wieder der Fall. Der Film hat ziemlich viele Rückblendungen, quasi die vor 27 Jahren spielen, also als die Protagonisten alle noch Kinder waren. Also die Schauspieler, die aus dem ersten Kapitel komme ich auch nochmal vor, wurden sogar digital nochmal ein bisschen verjüngt, weil sie eben schon durch die Pubertät gegangen sind und da sieht man eben ein bisschen anders aus. Und die Rückblende sind auch in meinen Augen echt ziemlich gut gelungen und ja, die schauspielerischen Leistungen sind soweit auch lobenswert. Also die ganzen erwachsenen Schauspieler wurden gut besetzt. Sie wurden wirklich passend zu den Kindern besetzt, also da hat man bei der Schauspielauswahl eine gute Arbeit geleistet und unter anderem auch die Kameraarbeit und die Übergänge von einzelnen Szenen sowie das Sounddesign und Setdesign sind schon ziemlich lobenswert. Also klar, bei so einer großen Kinoproduktion es sieht schon sehr wertig aus, zumindest überwiegend. Leider hat der Film aber das ein oder andere Problem und zwar werden viele spannende Momente durch Comic Relief eben entschärft. Also der Film wirkt dann teilweise echt wie eine ziemliche Komödie und wie schon eben gesagt, die ganzen Charaktere müssen sich mit ihrer Vergangenheit oder mit ihren Ängsten auseinandersetzen und das ist eben echt ziemlich repetitiv, denn wir sehen dann jeden von dem Club der Verlierer, der sich einzeln nacheinander immer wieder mit seinen Ängsten auseinandersetzen muss und der Film ist ja auch nicht gerade kurz, das ist einer der längsten R-Rated Filme, wenn ich sogar der längste, wenn ich mich nicht irre. Ja, das hat den Film nicht sonderlich gut getan. Genau, ich hatte mir auch den S-Film von 1990 angesehen, das hatten wir auch schon mal, also wir hatten ja schon mal in einem der vorherigen Podcast über S-Kapitel 1 gesprochen und du, hattest du eigentlich einen der Filme gesehen, Jack? Irgendeinen Kapitel 1 S, das Original, was davon, das Buch, weißt du überhaupt um was es geht? Nein, nicht, also ich weiß worum es geht, klar, aber so wirklich gesehen, ich wollte sie tatsächlich immer mal gucken, aber so generell ist halt Horror nicht so meins und ja, irgendwie kam ich auch nicht dazu. Wieder rausgeredet. Also müsste ich tatsächlich mal machen, also steht schon lange auf einer Liste bei mir drauf, aber ja, irgendwie so. Also ich hatte mir auch tatsächlich, ich glaube, genau, ich glaube, nachdem ich mir S Kapitel 2 angesehen hatte im Kino, habe ich mir auch S von 1990 angesehen, das war eben ein Fernsehfilm. Die Kinder agieren schauspielerisch echt ganz solide, also der erste Teil eben wieder, wo die Kinder oder Jugendlichen zu sehen sind, der ist auch ganz gut gelungen, aber auch schon in dem Originalfilm fallen die erwachsenen Charaktere echt ziemlich schwach aus, also gerade die zweite Hälfte von dem Film sind schwierig und man merkt eben schon das geringe TV-Budget an, klar, 1990 bei einem TV-Film erwarte ich jetzt auch keine Meisterleistungen. Ja, aber trotzdem, also S Kapitel 2, ich fand es echt schwierig, also ich muss sagen, der Film ist für mich schon so in etwa mittelmäßig, eben schwierig gelungen, weil eben viele von den spannenden Momenten oder gruseligen Momenten werden immer mit irgendwelchen blöden Witzen aufgelöst, also es gibt immer extrem viel Comic-Relief da drin, im ersten, in Kapitel 1, der mir ja wirklich ziemlich gut gefallen hat, hatten wir zwar auch solche Momente, aber es hat einfach besser funktioniert, weil wir eben diese ganzen Jugendlichen hatten, die dann immer schabernackt getrieben haben, hat einfach besser geklappt und jetzt im zweiten Teil, ich fand ihn einfach überhaupt nicht gruselig. Also schon der erste Teil war ja so eine Coming-of-Age-Story-Geschichte, weil wir ja eben die ganzen Jugendlichen haben oder die ganzen Kinder, die zu Jugendlichen werden oder dann langsam zu Erwachsenen werden, das haben wir dann da so drin behandelt, weil das ja auch alles Außenseiter waren, deswegen haben sie ja auch diesen Club der Verlierer gegründet, also das hat dann das erste Kapitel eben noch ein bisschen besonderer gemacht, das hat mir sehr gut gefallen, gefällt mir auch weiterhin gut, aber S-Capital 2 fand ich einfach schwierig, also letztendlich so ein bisschen mittelmäßig in meinen Augen, auch die Kritiken, also Rotten Tomatoes 62%, IMDW 67% und Metacritics 58%, also ja, ist auch so ein bisschen durchwachsen aufgenommen worden, manchen hat der Film sehr gut gefallen, aber ja, für mich war das nichts. Man muss auch sagen, Kapitel 1 funktioniert quasi auch eigenständig, also Kapitel 1 kann man sich einfach ansehen und als abgeschlossene Handlung quasi betrachten, aber Kapitel 2 baut eben schon sehr auf Kapitel 1 auf, was sich auch versteht, funktioniert dann eben schlechter und es wird auch eine verlängerte Version rauskommen, also ich glaube nochmal so eine Art Directors Cut, der eben noch länger ist, der Film ist eben schon 170 Minuten lang und ja, also den hätte man wirklich kürzen können, an vielen Stellen einfach ein bisschen kürzer machen, hätte dem Film in meinen Augen eigentlich besser getan, also in dem Sinne, Kapitel 1 ist immer noch empfehlenswert, der Film von 1990, das Original, ich fand ihn auch nicht so besonders, muss ich ehrlich sagen, ist ganz nett, hat ein paar nette Auftritte, aber ansonsten ist auch nicht unbedingt meins, aber es ist Kapitel 1, kann man sich auf jeden Fall ansehen, Kapitel 2, naja, wer wissen will, wie die Geschichte ausgeht, kann sich das dann nochmal ansehen, Also, was steht dann als nächstes an? Ja, als nächstes, Leon, der Profi, auch mal wieder so ein alter Klassiker, absolut, der wortkarge Leon ist ein eiskalter Profikiller im Auftrag der italienischen Mafia, privat lebt er zurückgezogen in einem New Yorker Bietzhaus, als die Nachbarsfamilie von korrupten Polizisten brutal ermordet wird, nimmt er deren zwölfjährige Tochter Mathilda wiederwillig bei sich auf, Mathilda schlägt ihm einen Deal vor. Sie will ihm Lesen und Schreiben beibringen und im Haushalt helfen, dafür soll er sie zur Kellerin ausbilden, damit sie sich an den Tätern rächen kann. Sehr schön, das war mal eine gute Zusammenfassung. Leon, der Profi, ursprünglich von 1994, Regie hat Luc Besson geführt und Kameras von Thierry Arbogast. Der Film wurde am 30. September 2019 zum 25-jährigen Jubiläum in einzelnen Kilos erneut ausgestrahlt und die Chance wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und ja, es ist schon ein ziemlicher Kultfilm, muss man sagen, auch in der IMDB-Top-Liste der besten Filme aller Zeiten. Da ist er immer sehr weit oben zu finden und eben haben wir den Auftragsmörder Joe Reno, also der wird von Joe Reno gespielt und das zwölfjährige Mädchen Mathilda wird von Natalie Portman gespielt und die brillieren beide absolut in dem Film und Natalie Portman, das war eben ihr erster großer Filmauftritt. Ich glaube, irgendwie mit elf Jahren hat sie quasi schon bei dem Casting mitgemacht und das Drehbuch wurde dann dementsprechend auch ein bisschen angepasst, weil sie eben so positiv aufgefallen ist und man sie unbedingt für die Rolle haben wollte, hat man dann den Charakter im Film sogar ein bisschen nöger gemacht, der war ursprünglich ein bisschen älter angesetzt. Aber ja, auf jeden Fall ein absoluter Klassiker, also mit der Zeit eben auch, nachdem Leon sie bei sich aufnimmt, entwickelt sie eben auch Gefühle für ihn und naja, er weist das dann eben ein bisschen weiter zurück, und hast du den auch gesehen, Jack? Nein. Wieso ziemlich alle. Aber ich kenne den Film relativ gut, also ich kenne einige Ausschnitte aus dem Film. Ja, ja, also das soll auf jeden Fall bekannt sein. Aber ihn nicht im Ganzen. In Europa wurde dann übrigens auch eine bisschen andere Version ausgestrahlt als in Amerika, so eine andere Schnittfassung, weil in Amerika diese Anlehrungsversuche der zwölfjährigen Mathilda, sagen wir mal, das ist nicht sehr gut angekommen in Amerika und ich habe hier noch ein paar Kritiken ausgepackt, also zum Beispiel hier gefühlvolle Inszenierung, exzellenter Schnitt, packende Story, ein Meisterwerk. Satt an Stil, Witz, Selbstsicherheit, durch und durch bietet dieser Film eine atemberaubende, frische Perspektive auf den Big Apple, also auf New York, die so nur Besson fabrizieren konnte, in einem Wort wundervoll. Ja, ist einfach ein schöner Film, also diese Beziehung eben von der Mathilda mit Leor ist schön aufgebaut und man sieht eben auch, wie die Rollen so ein bisschen ausgetauscht sind, weil Leor quasi, obwohl er ja ein Auftragsmörder ist, lebt er sehr zurückgezogen und ist auch noch so ein bisschen kindlich im Kopf und Mathilda wiederum, die ja zwölf Jahre alt ist, wird dann zu einer Auftragsmörderin sozusagen ausgebildet und benimmt sich dann auch schon sehr viel erwachsener, als man es von ihr erwarten würde, also wurde da so ein bisschen mit diesen Rollen gespielt. Ja, auf jeden Fall toll gefilmt, toll geschnitten, auch der Gegenspieler, quasi eine korrupter Bulle, ist auch wunderbar gespielt. Ja, einfach sehr empfehlenswert, sollte man definitiv mal ransehen. Was steht als nächstes an? Als Filme von der Liste, meinst du gerade? Ja. Über was reden wir hier, Jack? Ja, was weiß ich, also es ist ja, da musst du mal in der Macht fragen hier und so. Achso, Moment, 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 ich hab doch die Bewertungen vergessen. Siehste, guck mal, wusste ich es doch. Ich wusste es doch. 73% bei Rotten Tomatoes, 85% bei IMDb und 64% bei Metacritics. Ja, aber wie gesagt, ein wunderschöner Film, gerade auf IMDb. Die Leute mögen den Film sehr. Aber jetzt zum nächsten Film. Da bin ich sehr gespannt. Du meinst Joker? Ganz recht. Ich hab erst überlegt, ob ich einfach ein wenig himmisch lachen soll, um das Ganze einzulachen. Du kannst es probieren, aber ich weiß nicht, ob du das so gut hinkriegst. Nein, nein. Also eher nein. Oder hat mich schon mal irgendwie jemals lachen gesehen? Oh Gott. Was? Der Depri-Podcast. Für den an einer seltenen Lachstörung leidenden Comedian Arthur Fleck geht es im Gotham City der 80er Jahre in allen Bereichen des Lebens bergab. Der hoffte Erfolg in seinem Job bleibt aus. Er verliert seine Stelle als Clown und wird von einer den Bach heruntergehenden Gesellschaft nicht beachtet und es handelt. Über dunkle, psychische Abgründe führt ihn sein Weg immer weiter, bis hin zum Wahnsinn und dem Dasein als Irrer-Clown und Symbol der Anarchie. Sehr schön zusammengefasst. Ja, Joker. Ich habe hier noch mal ein bisschen ausführlichere Zusammenfassungen schon mal vorweg gesagt. Es ist wirklich ein sehr guter Film. Hat mir sehr gefallen. Eine Comic-Verfilmung von Todd Phillips, der hat eben Regie geführt aus dem Jahr 2019. Gotham City im Jahr 1981. Der psychisch-kranker Außenseiter Arthur Fleck, der wird hier gespielt von Joaquin Phoenix. Großartiger Schauspieler, aber dazu kommen wir noch. Er lebt mit seiner Mutter, Mutter Penny, in einem schiebigen Apartment. Er leidet an einer Krankheit, durch die er in unpassenden Situationen, beispielsweise bei Nervosität, anfängt zwanghaft zu lachen. Er arbeitet als Clown, der für alle möglichen Anlässe gebucht werden kann, träumt jedoch von einer Karriere als Stand-Up-Comedian. Der TV-Talkshow-Moderator Murray Franklin, gespielt von Robert De Niro, ist sein Vorbild und eine Art Vaterfigur. Die Situation in Gotham City ist angespannt, da die Schere zwischen Arm und Reich größer wird, viele Menschenarmut lieben, die Stadt völlig verdreckt ist und hohe Kriminalität herrscht. Im Laufe des Films wird Arthur Opfer von gewaltsamen Übergriffen und Spott der Einwohner Gothams und verliert immer weiter den Bezug zur Realität. Ja, Joker ging ja durch die Medien und da habe ich auf jeden Fall sehr viele positive Worte an den Film zu richten. Ja, wie gesagt, es gab ja eine sehr kontroverse Berichterstattung. Man hat sich, man hat darüber berichtet, dass der Film Gewalttaten anzetteln wird, dass schreckliche Dinge passieren, wenn Menschen einen Film sehen, denn die Menschen sind nicht Herr über ihre eigenen Sinne, sondern lassen sich natürlich von Videospielen und Musik und Filmen so sehr beeinflussen, dass sie schreckliche Taten begehen, was jetzt natürlich absoluter Schwachsinn ist. Das ist nämlich nicht passiert, es ist überhaupt nichts passiert. In den USA wurden nämlich sogar Polizeikontrollen in den Kinos durchgeführt. Man durfte auch nicht mit Clownsverkleidung in den Film gehen, weil man die Sorge hatte, dass hier, naja, schreckliche Dinge passieren. Und wer sich erinnert, es gab ja schon mal die Christopher Nolan Batman Filme und zwar hatte dort in The Dark Knight Heath Ledger den Joker bereits gespielt. Das war ja schon so eine ziemlich legendäre Performance. Der ist ja leider nach dem Film gestorben und hatte dann post Morton noch einen Oscar erhalten für seine Performance. Das war sehr große Klasse und jetzt hatte man natürlich ja die Sorge, wer, welcher Schauspieler könnte an diese Performance herankommen und man muss sagen, Joaquin Phoenix, der Schauspieler von dem Joker jetzt oder eben Arthur Fleck, hat wirklich eine phänomenale Performance abgeliefert. Also wirklich ganz große Klasse. Ist auch anders angesetzt. Also es ist eben ein anderer Joker. Also es ist quasi so eine andere Vorgeschichte oder eine mögliche Vorgeschichte zu der Geschichte, wie der Joker eben zum Joker geworden ist. Und auch im Laufe der Handlung sieht man eben, dass Arthur ein unzuverlässiger Erzähler ist. Das gibt es ja auch beispielsweise bei Büchern oder auch bei vielen anderen Filmen, dass man nicht so ganz weiß, ob das jetzt so wirklich passiert, was man sieht. Weil ja alles quasi, man sieht alles aus seiner Perspektive. Also alles ist irgendwie so ein bisschen subjektiv gefärbt und der Film bringt eben sehr viele Thematiken auf und hat jetzt hier eben auch den Zahn der Zeit quasi sehr gut getroffen. Also einmal eben die Kinematografie ist auch von Lawrence Scheer, der übrigens auch bei Godzilla 2 die Kamera geführt hatte. Und die Kameraarbeit ist wirklich großartig. Also sehr prägnante Filme, ein hoher künstlicher, künstlerischer Anspruch so rum an den Film. Es gibt auch viele bekanntere, ältere Lieder von Frank Sinatra, zum Beispiel That's Life ist ein paar Mal zu hören oder auch von Gary Glitter Rock'n'Roll das Lied. Ja, das ist im Kontext vom Film ist das eben ganz interessant. Und im Film werden eben Themen wie psychische Krankheiten, Armut, Einsamkeit, Manipulation der Medien, das wird auch behandelt. Also gerade das, was die Medien ja gemacht haben, die im Vorherein so kontrovers darüber berichtet haben, genau sowas wird eben auch im Film behandelt. Das ist sehr interessant, diese Ebenen, die sich dadurch ergeben. Und der Film ist eben auch in vielen Punkten ambivalent. Also er ist quasi mehrdeutig. Also viele Leute haben dann eben schon ihre Theorien ausgepackt nach dem Film. Es gibt sehr viele Deutungsweisen, wie man das Ganze interpretieren kann. Wie gesagt, weil ja Arthur quasi ein unzuverlässiger Erzähler ist. Also ist das jetzt so passiert? Oder irgendwie anders? Man weiß es nicht so ganz genau. Gerade das Ende ist dann auch noch mal so einige Fragen offen. Und ja, es ist wirklich ein toller Film. Und wie gesagt, es ist ja eben quasi alles durch seine Augen subjektiv gefärbt und hängt dann natürlich auch von seinem mentalen Zustand ab. Denn wie gesagt, er verfällt quasi im Laufe des Films in, ja quasi in den absoluten Nihilismus, weil er von allen, von der ganzen Gesellschaft wie absoluter Dreck behandelt wird und nur ein bisschen, ja so ein bisschen Freundschaft, so ein bisschen Liebe haben will. Aber das kriegt er hier eben nicht. Und der Film stellt eben eine mögliche Entstehungsgeschichte des Jokers dar. Und die Graphic Novel Batman The Killing Joke von 1988 stellt dann quasi die Basis für die Prämisse des Films dar. Und der Film ist auch sehr von Taxi Driver und King of Comedy inspiriert. Das sind zwei Filme von Martin Scorsese und man sieht hier eben ziemlich viele Parallelen und Hommagen an diese beiden Filme. Und ich würde so weit gehen und sagen, dass der Joker quasi ein uneheliches Kind von Taxi Driver und The King of Comedy ist. Also quasi so ein richtiger Bastard. Und das passt quasi im Kontext des Films passt es quasi noch besser. Und ich meine es jetzt im positiven Sinne, dass es quasi ein Kind dieser beiden Filme ist. Und Martin Scorsese, der war quasi auch in den, ich glaube in den früheren, in der Entwicklungsphase vom Joker, war er anscheinend dann auch noch irgendwie beteiligt. Er ist dann später aber ausgestiegen. Und der Film ist übrigens der erste Film mit R-Rating, also in den USA ab 17 Jahren freigegeben, hier in Deutschland war er ab 16 Jahren freigegeben, der über eine Milliarde Dollar eingespielt hat. Also das war ein verdammt gutes Geschäft. Und man muss sagen, klar, die Medien haben darüber berichtet, wie schlimm der Film wird. Und die haben ja letztendlich einfach nur Gratis-Werbung gemacht. Also besser hätte es quasi nicht laufen können. In dem Sinne, also ich glaube gerade diese ganzen Berichterstattungen haben letztendlich dazu geführt, dass sich noch mehr Leute den Film letztendlich ansehen wollen. Würde ich jetzt zumindest mal schätzen. Ja, also von meiner Seite aus eine große Empfehlung. Und gerade auch diese ganzen Interpretationen sind eben auch interessant. Und ich habe hier auch noch eine kleine, ja, Beschreibung von Owen Gleiberman von Variety ausgepackt. Und er sagt, Todd Phillips Joker als eine hypnotisch, perverse, gruselig packende, urban-Nightmare-Comic-Fantasy. Für Arthur Fleck, den psychisch auffälligen Verlierer, empfindet man einen Hauch von Mitgefühl oder zumindest Verständnis. Sein künstliches Lachen bringt keine Freude zum Ausdruck, sondern vielmehr, dass Arthur nichts fühlt, dass er innerlich tot ist und sich am Rande eines Nervenzusammenbruchs befindet. Das drückt das so in etwa aus. Also von meiner Seite aus sehr empfehlenswert. Kann man sich auf jeden Fall mal gesehen haben. Und eben noch als zusätzliche Empfehlung, wenn man den Film sieht, sollte man sich auch noch mal Taxi Driver und The King of Comedy ansehen. Das sind echt fantastische Filme. Zwei der besten Filme von Martin Scorsese. Und kann sich das dann eben sozusagen noch mit dazu ansehen. Also auch die, da werden immer sehr ähnliche Thematiken aufgegriffen. Finde ich super interessant. Also wirklich großartig, die ganzen Filme. Als nächsten Film. Und da wird die Synapsis wieder absolut scheiße. Ich glaube, beschissen war sie bisher noch nie. Muss man einfach so sagen. Also ich nehme immer die Google-Synopsis, weil das ist eigentlich bei den meisten Stellen die beste. Weil lustigerweise, ich habe gerade geguckt, ob ich andere finde. Und wenn du guckst, alles, was dir vorgeschlagen wird, die sind alle auf Englisch. Es gibt halt kaum Deutsche. Ich habe glücklicherweise auch noch eine Zusammenfassung, aber lies erst mal deine vor, weil mich interessiert, was da gesagt wird. Ja, Parasite. Im Mittelpunkt stehen vier Mitglieder einer Familie, deren Charaktere einzigartig sind. Vater Kim Ga-Tek, keine Ahnung, koreanisch, wie man das ausspricht, hat keine Arbeit und die Familie lebt am Existenzminimum. Sohn Ging-Yu wird als Nachhilfelehrer bei einer von der Familie eingestellt. Ende der Synapsis. Wow. Da hat man ja richtig Lust, in den Film zu gehen. Nicht wahr? Ich habe glücklicherweise eine bisschen bessere Zusammenfassung, denn der Film ist absolute Klasse. Also, schon mal vorweg, einer der besten Filme des Jahres. Parasite ist eine Familientragikomödie des südkoreanischen Regisseurs Bong Joon-Hoo aus dem Jahr 2019. Die vierküpfige Familie Kim, Vater Kim Ki-Taek, Mutter Chung-Sok, Sohn Ki-Wu und Tochter Ki-Jung lebt in ärmlichen Verhältnissen im Untergeschoss eines heruntergekommenen Hauses. Ein früherer Schulfreund von Sohn Ki-Wu schlägt diesem vor, ihn während seiner Abwesenheit als Nachhilfelehrer zu vertreten. Er soll die Tochter der reichen Familie Park in Englisch unterrichten. Ki-Wu besitzt keinen Abschluss, wird aber dank der Empfehlung seines Freundes eingestellt. Da der Sohn der Familie Park gerne malt, empfiehlt Ki-Wu eine angebliche Freundin, die Kunsttherapie unterrichtet. Dabei handelt es sich eigentlich um seine Schwester Ki-Jung, ebenfalls ohne Abschluss, die durch seine Empfehlung ebenfalls bei der Familie Park eingestellt wird. Beide sorgen nun dafür, dass der Fahrer und anschließend die Haushälterin ebenfalls entlassen werden und durch die Eltern ausgetauscht werden. So viel zumindest dazu, um jetzt nicht zu weit auf die Geschichte einzugehen. Ja, der Film ist wirklich ganz große Klasse. Klar, jetzt am Anfang haben wir hier erstmal die ärmliche Familie Kim, die sich dann quasi einschleust bei der reichen Familie Park. Also haben wir hier schon mal quasi dieses Thema des Parasiten, die dann dafür sorgen, dass sie dann eben dort arbeiten können. Der Film hat bei den 72 internationalen Filmfestspielen von Cannes als erster südkoreanischer Film Die Goldene Palme gewonnen. Und der Film ist auch in vielen Ländern der erfolgreichste nicht englischsprachige Film des Jahres 2019. Also ist wirklich zu einem großen Erfolg geworden. Wohl in Deutschland leider nur in vereinzelten Kinos ausgestrahlt. Also ich hatte eben sehr Gutes über den Film gehört. Und deswegen hatte ich da Ausschau gehalten, hatte glücklicherweise ein Kino gefunden bei mir in der Nähe, das den dann auch ausgestrahlt hat. Leider aber auch nur in einem sehr kleinen Kino. Und in dem Film werden eben insbesondere der Klassenkampf zwischen dieser reichen Familie Park und der armen Familie Kim thematisiert. Und man muss sozusagen ich glaube ungefähr in der Hälfte des Films oder so kommt ein starker Umbruch. Denn wie gesagt, das ist so eine Tragikomödie. Wir haben jetzt die arme Familie, die sich da einschleust mit sehr viel Humor mit drin. Aber quasi nachdem sich der Film, nachdem sich die Familie Kim eingeschleust hat, kommt so ein starker Umbruch. Und das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Also das sollte man auf jeden Fall im Film gesehen haben. Das ist ganz große Klasse. Und auch die Darstellung eben. Also wir haben hier Familie Park, die in einer hügeligen Gegend in Südkorea, also erhöht eben in einem luxuriösen Haus wohnt. Und die stehen damit sowohl übertragen als auch wortwörtlich über der armen Familie Kim, die in einem heruntergekommenen Keller lebt. Und es gab eine Szene, die war echt sehr beeindruckend. Und zwar hat Familie Park den regnerischen Sturm durch ihr Panoramafenster bestaunt. Also die haben eben in ihrem luxuriösen Haus auch einen Garten und so eine riesige Panoramascheibe und haben dadurch dann diesen wütenden Sturm beobachtet. Und währenddessen musste Familie Kim buchstäblich immer weiter nach unten gehen, um letztendlich bei ihrer überschwemmten Wohnung anzukommen. Also wie hier eben mit der Bildsprache und so weiter gearbeitet worden ist, ist ganz große Klasse. Also das war wirklich einer der eindrucksvollsten Szenen, wie man es dann eben sieht. Also die reiche Familie kann das Naturschauspiel quasi genießen und die Armen leiden dann quasi darunter. Also ich glaube, deutlicher kann man es nicht machen, aber ich fand es wirklich genial umgesetzt. Es fällt auch auf, die Familie Park, die behandelt ihre armen Mitarbeiter freundlich und sie zahlt ihnen auch Geld. Also die Familie Park wird jetzt nicht irgendwie als extrem arrogant oder gemein dargestellt. Eigentlich kommen sie so ganz freundlich rüber. Manchen Fällen auch ein bisschen sehr naiv, weil die Familie Kim ja einfach ihre ganze Familie quasi einschleust und Familie Park, besonders die Mutter, die, naja, die fällt dann quasi immer auf diese ganzen Tricks herein. Aber sie stellen dann trotzdem immer solche, also die Familie Park, die Reiche stellt dann immer so Spekulationen an über ihre Mitarbeiter und sie äußern sich immer abfällig über den Geruch besonders, also von ihren Mitarbeitern, besonders von dem Vater Kim, der dann quasi als Fahrer eingestellt wird. Und das wird dann der Familie Park später nochmal zum Verhängnis werden. Klingt ja sehr kryptisch, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall ein Film, den man gesehen haben sollte. Ist wirklich ganz große Klasse, sehr große Empfehlung von meiner Seite aus. Auf jeden Fall einer der besten Filme des Jahres 2019. Zum Nächsten, von dem muss ich tatsächlich sagen, im ersten Moment vom Film Namen habe ich dann so gar nicht irgendwie gehört. Jetzt nach dem Lesen der Synopsis so, ja, mal von gehört. Jetzt bin ich gespannt. Aber auch nicht so viel. Bei dir steht er allerdings als Dr. Sleep. Ja. Im Deutschen heißt er Dr. Sleeps Erwachen. Und man entsteht ja mal Dr. Sleeps Erwachen. Dr. Sleeps Erwachen. Ja, die deutschen Titel sind wieder Dr. Sleeps Erwachen ist es nicht großartig. Weil Dr. Sleeps Erwachen. Ja. Ja, genau. Schnaicher, Schnaicher. Fortsetzung von Stanley Kubics Horrermeisterwerk Shining. In deren Mittelpunkt Dan Torrance steht der Sohne des verrückten Jack aus Teil 1. Wie sein Vater hat der inzwischen Erwachsene, denn eine Mordswut in sich ist alkoholabhängig und hat die Fähigkeit Shining ach so Dan arbeitet in einem Hospiz. Dort nutzt er seine besondere Kraft um Sterbenden kurz vor ihrem Tod zu trösten. Hier lernt er das Baby Avera Stone ich vermute mal kennen, aber da ist ein Punkt. Ah ja, ich glaube das war, ja, ja. Also die Synopsis ist wirklich grandios bei Google, muss man ernsthaft sagen. Keine Sorge, ich hab's hier nochmal zusammengefasst. Wie immer, man kennt es ja. Und zwar Dr. Sleep, wie gesagt, die Fortsetzung zu Stanley Kubics The Shining, also ein Horrorfilm von Mike Flanagan, basierend auf Stephen Kings gleichnamigen Roman aus dem Jahr 2019. Und der Film ist eine Fortsetzung zu Stanley Kubics Meisterwerk. The Shining ist wohl mein absoluter Lieblingsfilm. Und der Film jetzt stellt quasi eine Verbindung zwischen dem King-Roman, dem Kubrick-Film und dem Dr. Sleep-Roman da. Dazu muss man sagen, The Shining wurde, also von 1980, eben basierend auf dem Stephen King-Roman, wurde von Stephen King selbst sehr kontrovers aufgenommen, beziehungsweise war er nicht zufrieden mit der Verfilmung von Stanley Kubic und hatte dann sogar nochmal in den 90ern eine eigene Verfilmung gemacht, die wirklich absolut schrecklich ist. Aber man muss sagen, The Shining von 1980 ist wirklich ein absolutes Meisterwerk, sollte man gesehen haben. Und der Film jetzt Dr. Sleep stellt also eine Fortsetzung dar, sowohl zu dem Stanley Kubrick-Film als auch zu dem Roman, denn es gibt zwischen dem Stanley Kubrick, The Shining und dem Shining-Roman von Stephen King so ein paar Abänderungen. Und der Film jetzt will quasi so alles zusammenfügen und quasi dann die Geschichte fortsetzen. Also der Film Dr. Sleep kann zwar auf eigenen Beinen stehen, aber man sollte schon The Shining gesehen haben, sonst wird man wahrscheinlich einiges nicht wirklich verstehen. Aber darauf kann ich jetzt noch ein bisschen eingehen. Also Ian McGregor spielt eben Danny Torrance und ich habe hier nochmal eine bisschen ausführlichere Zusammenfassung geschrieben. Und zwar Danny Torrance, also eben gespielt von Ian McGregor, den man unter anderem aus den Star Wars Prequel-Episoden oder aus Trainspotting kennt, ist wirklich ein guter Schauspieler, ist nach den traumatischen Erlebnissen aus The Shining wie damals sein Vater Alkoholiker geworden und erreicht 2011 seinen Tiefpunkt. Mit dem Alkohol versucht er seine telekinetischen Kräfte genannt Shining zu unterdrücken. Er entscheidet sich eine entfernte Kleinstadt namens New Hampshire zu ziehen, wo er sich mit Billy Freeman anfreundet. Dieser unterstützt Danny und wird dessen Sponsor bei den anonymen Alkoholikern. Nachdem er rehabilitiert ist, wird er Mitarbeiter eines Hospiz, wo er sterbenden Menschen mit seinem Shining besänftigt, was ihn mit Spitzname Dr. Sleep einbringt. Währenddessen erhält er telepathische Nachrichten von einem Mädchen namens Abra Stone, die ein noch stärkeres Shining innehat. Ein Kult bestehend aus Leuten, die ebenfalls das Shining besitzen, der von Rose the Head, die wird gespielt von Rebecca Ferguson angeführt wird, rekrutiert Leute für ihren Kult oder tötet diese, um ihr Shining zu konsumieren. 2019 wird Rose auf Abra aufmerksam und setzt ihren Kult darauf an, das jugendliche Mädchen zu finden und ihr Shining einzuverleiben. Also, soviel zur eigentlichen Geschichte. Also, ich muss sagen, der Film ist soweit gelungen. Klar, es hat eben sehr viel Druck auf den Filmemachern gelegen, weil sie ja eben eine Fortsetzung zu diesem absoluten Meisterwerk machen und Stephen King wollte wohl ursprünglich auch gar keine Verfilmung von Dr. Sleep, aber er hat es dann letztendlich doch gebracht, diese beiden Sachen zusammen zu bringen. Also, Stephen King war dann wohl letztendlich auch zufrieden mit der jetzigen Verfilmung und es gibt einige Charaktere, die quasi auch schon in The Shining vorkamen, die jetzt auch nochmal vorkamen, aber weil eben The Shining fast 40 Jahre zurückliegt, musste man die natürlich mit neuen Schauspielern besetzen. Da fand ich es ein bisschen schade, da hätte man wirklich vielleicht per CG ein bisschen arbeiten können, um da einfach die, ja, entweder die Schauspieler zu verjüngern oder eben die Gesichter der alten Schauspieler nochmal einzufügen. Da gibt es ja jetzt entsprechende Technologien und ich kann mir sogar vorstellen, dass man da, ja, dass in Zukunft da vielleicht ein paar Bastler nochmal rangehen und dann quasi die alten Gesichter nochmal in den neuen Filmen einarbeiten. Das fände ich dann ganz nett gelöst. Ja, es fällt natürlich schon auf, dass es jetzt eben neue Schauspieler sind, aber jetzt klar, nach 40 Jahren wäre das jetzt auch schlecht nochmal so, ja, könnte man es schlecht nochmal so lösen. Das ist zumindest ganz nett. Ja, schauspielerische Leistungen sind auch gut, gerade von der Abra, die dann eben, klar, die dann eben ein jugliches Mädchen ist später. Also Danny nimmt dann eben schon zwischendurch durch das Shining mit eher Kontakt auf und der Kult hat es dann eben auf sich angesehen, abgesehen und die hat dann auch wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet und auch eben Rose the Head, die Antagonist, also die Gegenspielerin quasi, hat hier auch einen wirklich guten Auftritt abgelegt. Und der Film ist 152 Minuten lang. Man muss sagen, Stephen King schreibt ja immer extrem dicke Wälzer und deswegen musste man natürlich die Handlung dann trotzdem irgendwie verkürzen. Es gibt sehr viele Zeitsprünge im Film. Es soll auch nochmal ein Directors Cut dann für Blu-ray und so weiter erscheinen. Würde ich mir dann auch nochmal auf jeden Fall ansehen. Ist auf jeden Fall ganz, also es geht dann doch letztendlich rasch zu Ende. Also der Film braucht ein bisschen, bis er angelaufen ist, aber hat dann eigentlich ein relativ gutes Tempo. Nur zwischendurch gibt es dann eben diese längeren Zeitsprünge. Aber wie gesagt, diesen dicken Roman eben umzusetzen, klar, da muss man eben ein bisschen kürzen. Und der Film hat einige Hommagen an Kubricks The Shining oder Tribut eben an den Film gezollt. Wie gesagt, er verlässt sich jetzt nicht komplett auf The Shining. Also der Film funktioniert jetzt auch als eigenständiges Werk. Aber klar, die Leute erwarten da natürlich schon die ein oder andere Referenz an den alten Film. Und auch das Ende von Dr. Sleep muss ich jetzt sagen, werde ich jetzt natürlich nicht vorwegnehmen. Aber da habe ich einige gemischte Gefühle. Und man sollte auf jeden Fall nochmal The Shining gesehen haben, vielleicht auch kürzlich vor Dr. Sleep, dass man das nochmal ein bisschen besser in Erinnerung hat. Und da am Ende hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Originalität gewünscht. aber ansonsten muss man sagen, ist der Film soweit gelungen. Also in meinen Augen immer noch empfehlenswert. Und ich kann mir jetzt vorstellen, also The Shining jetzt sehe ich mir einmal im Jahr durchschnittse ich mir den Film nochmal an. Ist eben mein absoluter Lieblingsfilm und ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich mir dann im Anschluss von The Shining jetzt auch immer Dr. Sleep ansehe, das dann quasi als Gesamtpaket, als eine Geschichte zu sehen. Und ich glaube auch von den Bewertungen her ist das Ganze eigentlich ganz gut angekommen. Also Rotten Tomatoes 77%, IMDB 76% und Metacritics naja 59%. Aber so weit. Ja, es ist eben polarisierend, also der Film ist eben schon sehr anders im Gegensatz zu The Shining. Also werden dann da vielleicht ein paar Leute, die sowas in der Art erwartet haben, sind dann vielleicht enttäuscht. Die Gruppe, also dieser komische Kult, die dann das Shining eben aufnehmen, da ist eigentlich nur Rose the Head relevant. Also es gibt noch ein paar andere im Kult, aber die sind nicht wirklich stark charakterisiert. Also für die interessiert man sich jetzt nicht wirklich in dem Lauf. Also eigentlich nur diese drei Hauptcharaktere von Danny, Abra und Rose the Head. Das sind jetzt eigentlich nur die Charaktere, die so wirklich relevant ausfallen. Und genau, die Einspielergebnisse sind leider hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ist ein bisschen schade. Und es sind wohl oder eventuell waren noch weitere Ableger, Shining Ableger, standen wohl im Raum. Ich weiß jetzt nicht, wie das ausgeht. Wie gesagt, die Einspielergebnisse vom Film sind jetzt nicht sonderlich gut ausgefallen leider. Vielleicht sehen wir in Zukunft noch mal einen weiteren Ableger vom The Shining. Vielleicht auch nicht. Ansonsten ganz ordentlich. Ich glaube, ich hatte hier noch mal eine kurze Rezension. Die 39 Jahre nach dem Original erscheinende The Shining-Fortsetzung ist ein angenehm ambitioniertes Horror-Sequel mit einer großartigen Rebecca Ferguson, das aber im selben Moment zu lang und zu kurz ist, um seinen eigenen hohen Ansprüchen tatsächlich gerecht zu werden. Zumindest hier eine kleine Kritik, die ich hier rausgesucht hatte. Ja, aber dann können wir eigentlich, ich glaube, das ist schon der letzte Film gleich. Ist der letzte, ja. Ja, endlich, check. Ja, ja, weißt du, was das Beste ist? Was? Jetzt machen wir mal einen Synopsis-Vergleich zwischen Oh, jetzt bin ich gespannt. Dem, ja, wie nennt man es noch? Ähm. Die, die es vertreiben und bei Google. So. Ja. The Irish Man. Erstmal Google. Frank Sheeran arbeitet viele Jahre als Geldeintreiber und Problemlöser für den Mafia-Boss Russell Buffalino. Vor seiner Zeit als Gangster fuhr Frank den Wagen einer Fleischerei und kämpfte davor im Zweiten Weltkrieg, unter anderem in Sizilien gegen die. Punkt. Gegen die. Punkt. Punkt. Ja, das ist schön. Also, das ist Google. Dann jetzt mal Netflix selber. Ah, okay. Der Auftragsmörder Frank Sheeran blickt in diesem Film von Martin Soros auf die Geheimnisse zurück, die er als treues Mitglied der Buffalino-Familie hüten musste. Punkt. Hm. Sowohl als auch jetzt nicht gerade wirklich aussah. Es wird immer kürzer. Muss man ja einfach mal so sagen. Also, ja, also irgendwie ist wohl ein neuer Trend. Regie hat Martin Scorsese geführt, den hatte ich ja eben schon bei Joker angemerkt und Kamera von Michael Fimo Gnari. Ich hab's ja auch noch mal kurz zusammengefasst, dann haben wir noch mal die Schauspieler und so weiter, schreibe ich ja hier auch noch mal dazu. Ein Mafia-Epos von Martin Scorsese aus dem Jahr 2019, der irischstämmige Kriegsveteran Frank Sheeran, eine reale Person, also der Film basiert auch auf realen Ereignissen, wird hier gespielt von Robert De Niro, arbeitet während der 50er Jahre als Lastwagenfahrer und verkauft Teile seiner Fleischladung illegal an die Mafia. Als er wegen Diebstahl angeklagt wird, wird er dankz einem cleveren Anwalt Bill Boffalino freigesprochen. Durch Bill stellt Frank Kontakt zu Russell Boffalino, auch eine reale Person, die wird hier gespielt von Joe Pesci, er, dem Oberhaupt einer in Pennsylvania aktiven Mafia-Familie. Dieser heuert Frank für Aufträge an, in denen dieser nicht vor Gewalt und Mord zurückschreckt. Durch seine Arbeit bei der Mafia erhält Frank einen Job als Leibwächter für den Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa, ebenfalls eine reale Person, die hier gespielt wird von Al Pacino, der in Verbindung zur Mafia und ist und Schwierigkeiten mit dem aufstrebenden Mitglied Anthony Tony Pro Provenzalo hat. Einem hochrangigen Mitglied der Gunner-Wesel-Mafia-Familie aus New York City, eine Güte dieser Namen. Genau, und Frank und Jimmy entwickeln dann quasi über die Zeit eine Freundschaft zueinander. Und der Film wurde von Netflix finanziert und die für kurze Zeit in vereinzelten Kinos. Hattet auch wieder das Glück, ich habe ihn im Originalton gesehen, eben auf Englisch. Und wir verfolgen jetzt quasi einzelne Charaktere über Jahrzehnte. Also es beginnt hier quasi in den 50er Jahren und es geht noch viel weiter quasi bis Anfang 2000. Und die Gesichter wurden, also von Robert De Niro und den anderen Charakteren, wurden dann digital verjüngt. Und man muss sagen, es sieht gut aus, aber man sieht es schon. Also gerade bei Robert De Niro, wenn man jetzt auch weiß, wie er gerade jung aussieht, der jetzt auch zum Beispiel bei Taxi Driver oder King of Comedy hat er ja auch den Protagonisten gespielt. Wenn man jetzt auch weiß, wie er jung aussieht und dann sieht man ihn nochmal digital verjüngt, man sieht es schon, es sieht so ein bisschen bergwürdig aus, aber im Laufe der Zeit gewöhnt man sich daran. Und man muss ja auch bedenken, über die Jahrzehnte altern ja die Charaktere, das heißt, sie nähern sich ihrem realen Alter und dann wusste man da natürlich immer weniger. digital verjüngen. Also ich finde, man sieht es schon auf der großen Leinwand, aber es hat jetzt nicht so sehr abgelenkt und man muss sagen, die Besetzung ist eben absolut großartig. Wir haben hier Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. Joe Pesci selbst war eigentlich schon im Ruhestand und ist jetzt speziell für den Film nochmal zurückgekehrt. Also man wird wahrscheinlich nie wieder einen Film mit dieser Konstellation an Schauspielern sehen, die jetzt auch schon selbst ein höheres Alter erreicht haben. und der Film ist schon ziemlich ernst und ja, klar, dramatisch und erinnert auch in so einzelnen Momente schon an den Paten. Also geht schon sehr in die Richtung. Der Film ist auch dreieinhalb Stunden lang. Also das ist der längste Film, den ich je im Kino gesehen habe. Hat aber auch so ein paar Locker, hat so zwischendurch mal auf mit so ein bisschen Humor und Situationskomik kommt dann schon mal auf. Aber insgesamt ist es schon sehr ernst, weil Martin Scorsese ja eben auch schon viele Mafia-Filme inszeniert hat. Und zwar neben The Irishman hatte er schon 1973 den Hexenkessel, ich glaube Mean Streets hieß der im Original. 1990 hat er Goodfellas inszeniert, 1995 Casino und 2006 Departed. Also ist das jetzt quasi, The Irishman ist jetzt quasi der fünfte Mafia-Film von Scorsese und auch sozusagen der, ja vielleicht der ernsteste Film, den er so gemacht hat. Und es ist wirklich ein Mafia-Epos und es ist einfach der letzte diese Art. Also wie gesagt, man wird wahrscheinlich nie wieder eine Konstellation aus diesen Schauspielern und dem Regisseur sehen, die dann nochmal so ein riesen dreieinhalbstündiges Mafia-Epos aufbauen. Man sieht eben auch diese ganzen Charaktere wie gesagt beim Altern zu, die dann digital verjüngt worden sind und das lässt sich ja auch übertragen auf die Schauspieler und den Regisseur. Denn Martin Scorsese, der ist jetzt eben auch schon 77 Jahre alt und deswegen kann man das dann auch so übertragen quasi sehen. und der Film hat quasi kein einzelnes großes Ereignis, wo drauf hingearbeitet wird. Bei vielen Filmen kennt man es ja, dass eben nur auf das große Ereignis oder die große Wendung zugearbeitet wird und bei der Irishman ist es quasi, ist es schon ein ruhig inszenierter Film, schon langsam, lange Kamerafahrten und so weiter, sieht natürlich alles super aus, aber es sind quasi viele kleine Momente, die so das Gesamtbild ergeben. Und genau, ich habe hier nochmal eine kleine Review von Owen Gleiberman von Variety und der erklärt, The Irishman stellt das Leben als Mobster als eine weitaus unromantischere Erfahrung dar, als es Filme dieser Art normalerweise tun. Der Film ist von meisterhafter Präzision und taucht tief in das Innere seines Motivs ein, das dunkle Herz der Macht. Filme über die italienische Unterwelt hatten immer gezeigt, wie Gangster versuchen, Familie und Geschäft zu trennen, aber in The Irishman erscheint Franks Familie kaum auf dem Radar. Robert De Niros großartige Darbietung erinnert an seine Arbeit in Goodfellas und er spielt Frank, der Irishman Sheeran, als einen Mann, der gleichzeitig im Zentrum und am Spielfeldrand steht, Befehle entgegennimmt und reagiert. Er spielt in Todernst als einen Mann mit großem Einfluss und einer komplexen Loyalität. El Pacino hingegen spielt Hofer als einen Egomanen, der auch ein brillanter Taktiker ist und sich selbst zum Gewerkschaftsführer gemacht und viel Leidenschaft auf seine Reden verwendet. Ja, das muss man einfach sagen. Also, der Irishman auch wieder eine sehr große Empfehlung, wird auch von vielen als bester Film des Jahres bezeichnet und muss ich jetzt auch sagen, also klar, neben Der Irishman hat mir eben Parasite sehr gefallen, Joker auch ohne Frage oder auch Once Upon a Time in Hollywood. Also, das wären dann wahrscheinlich so meine Lieblingsfilme, die dieses Jahr 2019 rausgekommen sind. Klar, ich hatte mir jetzt auch noch Apocalypse Now und Leor der Profi angesehen, aber das sind ja ältere Filme, also die mal außen vor genommen und das war's dann glaube ich mit den Filmen. Also, wir haben hier noch die Bewertungen Rotten Tomatoes 96%, IMDb 82% und Metacritics 94%, also, kann da durchaus gut an, würde ich behaupten. Ist ein sehr schöner Film. Ich glaube, das war's dann eigentlich. Ja, waren wir glaube ich durch. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Filme das waren, das waren auf jeden Fall mehr als genug fürs Erste. Viele. Ja, wir hatten ja Ende 2018 quasi noch angefangen und haben uns jetzt durch das ganze Jahr 2019 gearbeitet. Also, mal sehen, wann der nächste Podcast mit den Filmen von 2020 kommt. Wird vielleicht nicht allzu lange auf sich warten lassen, aber wer weiß das nur. Also, wenn man sich irgendwelche Filme ansehen sollte, dann ganz klar, ich gehe mal der Reihenfolge nach. Klar, Apocalypse Now, eben absolut der Klassiker, sollte man gesehen haben. Once Upon a Time in Hollywood fand ich eben klasse. Leor der Profi, logisch, Joker, Parasite und The Irishman und dann eben noch als zusätzliche Empfehlungen, weil wir die Filme hier angemerkt hatten, The Shining von 1980, großartiger Film und dann noch von Martin Scorsese, den wir jetzt eben auch hatten, Taxi Driver und The King of Comedy. Gibt natürlich noch weitere großartige Filme in die Richtung, aber das wären ebenso die ganz großen Empfehlungen und dann bedanke ich mich natürlich ganz herzlich an Jack, der hier stillhalten musste und sich meine Schwartonierungen hier anhören musste. Ja, die sehr ausladenden Erzählungen über die Filme, sagen wir es mal so und auch doch sehr detailreich. Ja, ich meine, man könnte jetzt auf jeden einzelnen Film natürlich noch tiefer eingehen, aber das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Man könnte ihn auch einfach selber gucken. Ja, man könnte ihn auch selber gucken und sich die eigenen Gedanken machen. Also Leute, wenn ihr die Zeit habt, dann guckt euch wenigstens ein paar der Filme an. Also solange ihr euch nicht Godzilla anguckt, ist alles gut. Die restlichen Filme kann man mal gesehen haben. Godzilla 2, das war echt grausam. Von der Bär würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Man hört sich vielleicht mal wieder. Vielleicht dauert es dieses Mal weniger als ein Jahr. Wer weiß. Mal schauen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Vielleicht auch zwei Jahre. Sag mal, Jack, hörst du das? Was? Ich höre Michael Myers. Oh mein Gott! Sie haben Jack getötet! Ihr Schweine! Also, dann noch ein herzliches Tschüssi! 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 Untertitelung des ZDF, 2020